Und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung. Anlass und Grundlage der Anhörung ist ein Antrag der Fraktion der Piraten mit dem Titel Bildungsinnovation 2020 Chancen der Digitalisierung für die Bildung nutzen. Die Obleute der Fraktionen haben sich darauf geeinigt, dazu eben eine Anhörung durchzuführen. Auch über das Verfahren haben sie sich geeinigt. Die Sachverständigen begrüße ich an dieser Stelle ganz besonders herzlich und die Auflistung der eingeladenen und anwesenden Sachverständigen wird aus dem Tableau ersichtlich, dass genauso wie die schriftlichen Stellungnahmen im Eingangsbereich zur Verfügung steht. Die Abgeordneten sind per Mail digital über alle Stellungnahmen informiert worden und sind also im Bilde. Wir haben einen wichtigen Hinweis vorweg noch zu tätigen. Die gesamte Anhörung wird im Internet live gestreamt. Das heißt, es findet also eine Übertragung für diejenigen statt, die nicht anwesend sein können, aber Interesse über das Internet stillen möchten. Und ich darf wie immer alle Sachverständigen und Abgeordneten darauf hinweisen, dass hier im Plenarsaal das Verzehren von Getränken und Speisen nicht erlaubt ist, aber für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier hinter der Rückwand hinter mir Kaltgetränke zur Verfügung stehen, damit auch niemand von uns verdursten muss. Ja, meine Damen und Herren, in der Reihenfolge des Tableaus möchten wir jetzt die Sachverständigen hören. Ich wiederhole meine bekannte Bitte, dass die Eingangsstatements sich möglichst kurz gestalten sollen, damit wir dann auch möglichst schnell in eine Frage- und Antwortrunde einsteigen können und dann auch Fragen eben vertiefender Art und ergänzender Art von den Sachverständigen beantwortet bekommen können. So, für die drei kommunalen Spitzenverbände ist Frau Prof. Dr. Faber vorgesehen und die hat auch jetzt als erste das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst möchte ich Ihnen dafür danken, dass wir zu diesem Antrag der Piraten hier als Nordrhein-Westfälischer Städtetag Stellung nehmen können und meine Kollegen von den beiden anderen kommunalen Spitzenverbänden haben mich gebeten, sie mitzuvertreten, was ich hiermit gerne tue. Der Städtetag hat zu diesem Antrag keine eigene schriftliche Stellungnahme abgegeben. Ich mache aber jetzt hier mündlich noch einige Bemerkungen. Zu sagen ist, dass die kommunalen Spitzenverbände regelmäßig mit der Medienberatung NRW zusammenarbeiten. Herr ist seit Jahren ein Arbeitskreis für Medien, in welchen sich die Vertreter der Medienberatung NRW, des Schulministeriums und der kommunalen Spitzenverbände treffen und die Nutzung von Medien in Schulen beraten. Diese Medienberatung NRW, Herr Faupel, hat eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, die Ihnen vorliegt. In dieser sind viele gute Hinweise zu der Einschätzung des Antrages der Piratenfraktion enthalten. Ich möchte es hier mit einigen Bemerkungen bewenden lassen. Der in dem vorliegenden Antrag dargestellte Befund, dass es im Bildungsbereich hinsichtlich der Anwendung und Nutzung von digitalen Medien eine Implementierungslücke gibt, ist aus unserer Sicht richtig. In der Tat sind die Chancen der Digitalisierung für die Bildung zu nutzen. Speziell zur Schule formuliert, die Ihnen vorliegende Stellungnahme der Kaiserin Augusta Schule zutreffend, Schule darf kein Elfenbeinturm im digitalen Zeitalter sein. Dabei geht es auf der einen Seite um die Vermittlung von Medienkompetenz, um die gesellschaftliche Teilhabe auch in diesem Bereich für alle zu schaffen. Zum anderen geht es aber auch darum, einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien im Sinne der Förderung von Kritikfähigkeit und Untersensibilisierung für den Datenschutz, Persönlichkeitsschutz und Urheberschutz zu vermitteln. In dem Antrag wird auch zu Recht konstatiert, dass es in der Vergangenheit zahlreiche nicht koordinierte E-Learning-Initiativen im Land gegeben hat. Heute muss es darum gehen, Initiativen in diesem Bereich zwischen Land und Kommunen abzustimmen und hierbei die vorhandenen Strukturen einzubeziehen. Ich denke insoweit insbesondere an die 50 regionalen Bildungsnetzwerke, die wir in NRW verankert haben über Kooperationsverträge mit dem Land. Ein sinnvoll abgestimmtes Verfahren bedeutet aber auch, dass der Einsatz und die Nutzung von digitalen Medien im Unterricht in den Curricula sowie in den didaktischen Zielsetzungen des Unterrichts verankert sind. Ganz wichtig. Aus der Stellungnahme der Landesmedienanstalt ist zu entnehmen, dass das Vorhandensein von Medien und digitalen Lernmitteln im Unterricht nicht automatisch zu einem kompetenten Einsatz beziehungsweise einer Stärkung der Medienkompetenz führt. Wenn es um Investitionen in die Medieninfrastruktur an Schulen geht, kann dies aus unserer Sicht nur synchron gestaltet werden mit einer entsprechenden Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Deswegen lassen wir uns zum Beispiel als kommunale Schulträger von den Schulen Medienkonzepte vorlegen, bevor da Ausstattungswünsche befriedigt werden. Daraus machen die kommunalen Schulträger in der Regel Medienentwicklungsplanungen. Zu einer entsprechenden Fortbildung der Lehrkräfte muss auch gehören, dass diese einen sicheren Umgang mit den Fragen des Einsatzes von digitalen Medien erwerben. Dazu gehört auch, dass keine Mails an Schüler an Wochenenden oder in Ferien versandt werden und dass die Teilnahme an sozialen, digitalen Netzwerken sorgfältig geprüft wird. Hierzu bedarf es auch entsprechender Hinweise der Schulaufsicht. Es gibt aber auch einen Leitfaden der Landesmedienanstalt bereits zu diesen Fragen. Wir brauchen eine angemessene IT-Infrastruktur und entsprechende Breitbandanbindung der Schulen. Insoweit allerdings eine Bestandsaufnahme des gestrigen Zustandes in diesem sich doch sehr schnell entwickelnden Feld vorzunehmen, halten wir nicht für zielführend. Seien Sie versichert, dass die Kommunen in ihrer Eigenschaft als kommunale Schulträger alles ihnen Mögliche tun. Aber wie dargelegt, ist insoweit ein koordiniertes Vorgehen mit dem Land erforderlich. Wir müssen und wir brauchen auf diesem Feld die kommunale staatliche Verantwortungsgemeinschaft, die wir ja im Arbeitskreis Medien, den ich bereits erwähnt habe, auch schon leben. In dem Piratenantrag wird auch die digitale Form der Lernmittelfreiheit, Stichwort Open Educational Resources, thematisiert. Es geht hierbei um die Entwicklung und Förderung von Lernmitteln unter freier Lizenz, unter anderem um die engen Schranken des Urheberrechts zu überwinden. Insoweit brauchen wir eine klare Stellungnahme des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes zu der Entwicklung und dem Einsatz dieser Open Educational Resources. Dass wir beim Einsatz der digitalen Medien in der Bildung nicht am Anfang der Entwicklung stehen, zeigt die ausführliche Stellungnahme der Medienberatung NRW. Hier möchte ich nur auf einen Punkt hinweisen, nämlich auf den Punkt, dass kommunale IT-Dienstleister eine webbasierte schulische IT-Infrastruktur mit dem Namen Logineo entwickelt haben und bereits erproben. Es handelt sich also um eine Kommunikationsplattform, um ein sogenanntes Schulportal. Es geht bei Logineo um eine sichere, vertrauenswürdige und den Richtlinien des Datenschutzes entsprechende Basis-IT-Infrastruktur für die nordrhein-westfälischen Schulen. Dies ist natürlich nicht ohne Kosten verbunden. Wir werden Logineo unseren Mitgliedern vorstellen und am Ende werden die einzelnen kommunalen Schulträger für sich entscheiden, ob sie sich für Logineo an ihren Schulen entscheiden werden. Ich sehe uns alle aber dabei auf einem guten Weg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Prof. Dr. Faber. Herr Faupel war gerade schon namentlich erwähnt worden. Er ist auch der Nächste auf dem Tableau. Herr Faupel von der Medienberatung NRW, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Ich finde diesen Aspekt der Vernetzung und Zusammenarbeitung und der Koordination, den Frau Prof. Faber genannt hat, sehr wichtig. Und sie hat ja auch dargestellt, dass wir in der Medienberatung alles mit dem Schulenministerium und den kommunalen Spitzen abstimmen, weil das, was man für die Qualität von Unterricht haben möchte und das, was die Schulträger bereitstellen sollen, das muss verhandelt sein, das muss vereinbart sein. Mir fällt aber jetzt hier auch auf, dass viele hier am Tisch sitzen, die auch weiterhin Kooperationspartner sind im Feld der Medien. Das ist dann natürlich die LFM mit Frau Appelhoff. Das sind natürlich die Medienzentren, für die Frau Johansson hier steht. Das ist auch der Landesverband der Volkshochschulen, mit denen wir gemeinsam im Medienpass und anderen Themenbereichen arbeiten. Herr Professor Keres, wir sind auch im intensiven Dialog. Ich will damit sagen, ich habe so den Eindruck, anders als früher ist keiner mehr da, der etwas grundsätzlich in Frage stellt. Sondern es gibt viele gute Ideen, die von vielen Seiten kommen. Und diese guten Ideen muss man prüfen, wie sie in den Strukturen von Nordrhein-Westfalen, den Zuständigkeiten, kreativ hineinpassen und genutzt werden können. Denn das Ziel ist ja klar, wir wollen alles das, was wir mit digitalen Mitteln den Lehrerinnen und Lehrern und vor allen Dingen den Schülern und Schülern an Lernmöglichkeiten bereitstellen können. Das wollen wir Ihnen auch bereitstellen und da müssen wir uns zusammenraufen und abstimmen. Meine zweite Aussage, die ich treffen möchte, ist, dass die Ideen manchmal einzelne Ideen sind, die für sich genommen irgendwie interessant sind, gut sind. Man kann mit Tablets lernen, man braucht natürlich freie Lernmaterialien, man braucht aber auch die der Verlage und so weiter. Das sind alles einzelne Ideen und man müsste dann schauen, wie passen sie alle zusammen, dass daraus ein Ganzes wird, etwas Ganzheitliches, was dann auch tatsächlich funktioniert. Und wir aus der Medienberatung sehen eben fünf Handlungsfelder und die möchte ich nochmal kurz benennen. Man muss überhaupt umgehen können mit den Dingen, man muss kompetent werden, kompetent gemacht werden. Dafür haben wir Beratung und Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, dafür haben wir den Medienpass für die Schülerinnen und Schüler. Dann braucht man natürlich Inhalte. Dafür haben wir die Learnline, die freie Lernmaterialien verfügbar macht und dazu machen wir Projekte mit anderen Anbietern, um die Qualität der digitalen Lernmittel zu verbessern. Drittens braucht man natürlich Geräte, mit denen man mit diesen Inhalten arbeiten kann und in der Schule und aber auch von zu Hause aus seine Arbeiten erledigen kann. Das ist das dritte Handlungsfeld und dort spielt natürlich eine Rolle die Frage, können wir alles öffentlich finanzieren? Kann man einfach sagen, die öffentliche Hand finanziert für zwei Millionen Schülerinnen und Schüler Geräte, damit die auch alle arbeiten können. Bring your own device wird sicherlich noch zum Thema heute werden, ist ein Aspekt dieser Fragestellung, dass man sagt, also bei Berufsschülern ist das ganz offensichtlich, dass sie ihre eigene Ausstattung meist mitbringen und dass man sagt, wir schaffen eine Umgebung, die das auch möglich macht, um so praktikable Lösungen zu schaffen. Da hat man ein drittes Handlungsfeld. Und das vierte Handlungsfeld ist das, was uns den meisten Gehirnschmalz abverlangt. Das ist nämlich die Frage, in welchen Umgebungen im Internet, natürlich braucht man das Internet, man braucht das Internet, um die Medien verfügbar zu machen, man braucht das Internet, um Arbeitsmaterialien und Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Aber wie können wir das machen, dass man auch wirklich Vertrauen dazu haben kann? Und ich will jetzt nicht wieder anfangen mit Facebook, Dropbox und all den ganzen Geschichten. Und verbieten will man sowas natürlich auch schon mal gar nicht, denn wir wollen es ja nutzen. Aber wir müssen auch das sehen, was wirklich der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit geschrieben hat im letzten Jahr an alle Kommunen, aber auch an die Ministerien, dass er gesagt hat, nach Prüfung dieser Situation kann man nur Vertrauen haben in Anwendungen, die öffentlich bereitgestellt werden. Und genau das ist das, was Frau Faber eben angesprochen hat. Wir versuchen seit Jahren jetzt mit Logineo diesen Weg zu gehen. Wir sind jetzt daran, sind soweit, es auch umsetzen zu können. Ich war heute Morgen im Schulausschuss der Städte- und Gemeindebundes, der uneingeschränkt dieses Vorhaben dann auch unterstützt hat, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und das ist dann der Weg, dass wir sagen können, mit unseren kommunalen IT-Dienstleistern bieten wir öffentlich eine Plattform an, die sollen nicht konkurrieren mit Facebook oder was anderem, aber sie sollen die Arbeitsumgebung bereitstellen, die Schule und Schülerinnen und Schüler und Lehrer brauchen, aber auch Eltern brauchen, um wirklich ihre Schule gut zu organisieren und ihr Lernen heutigen Möglichkeiten entsprechend zu organisieren. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Prof. Dr. Kers vom Fachbereich Bildungswissenschaften der Universität Diesburg-Essen. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Ich möchte zu zwei Punkten nur Stellung nehmen, wo ich denke, dass wir vielleicht unterschiedliche Einschätzungen haben, auch hier vielleicht im Raum und wo wir einen Erklärungsbedarf vielleicht haben. Der eine Punkt ist die Bedeutung von Fortbildung. Es scheint offensichtlich, dass wir in der Schule bei dieser Thematik, gerade in der Lehrerfortbildung, Weiterbildungsbedarf haben. Das stehen in vielen Stellungnahmen. Ich denke aber, wir müssen uns klar werden, dass die Entwicklung der Schulen hin auf eine intensive Mediennutzung letztlich nicht mit Lehrerfortbildung alleine bewältigbar ist. Wir müssen das Ganze verstehen als einen Entwicklungsprozess, als einen Entwicklungsprozess, der auch ein anderes Arbeiten an Schulen bedeutet. Die Schulen müssen sich klar werden über die Ziele, die sie verfolgen. Wie wollen wir in der Zukunft mit den Medien arbeiten? Was brauchen wir dafür? Wie ist die Infrastruktur dafür notwendig? Das ist ein wesentlich umgreifenderer Prozess als die Vorstellung, wir schicken mal die Lehrer zu Word-Kursen und dann klappt es schon. Es ist natürlich viel mehr die Lehrerfortbildung. Aber nochmal, wir müssen die Lehrerfortbildung einbetten in ein solch doch umfassenderes, ganzheitliches Konzept auch der Schulentwicklung. Es wäre eine Unterschätzung zu glauben, dass wir das mit Fortbildung alleine bewältigen. Also das, glaube ich, ist in der Nuanzierung, wäre mir wichtig, so zu sehen. Der andere Punkt, den man vielleicht auch nochmal genauer diskutieren muss, ist, was für eine Infrastruktur brauchen wir denn eigentlich in Zukunft? Und da lese ich in dem Antrag die Idee, wir bräuchten so einen Server, auf den alles dann so sichtbar drauf wäre, wo also dann ganz viele Materialien, hoffentlich OER-Ressourcen drauf wären. Ich würde als Gegenthese behaupten, das entspricht nicht unserer Vorstellung von Bildung, Bildung als einen pluralen Ansatz, in dem Wettstreit von Ideen, Ansätzen und Perspektiven. Ich finde es wichtig, dass wir uns verständigen über eine Vision unserer Infrastruktur, die von einem verteilten System ausgeht, wo viele Player, viele Akteure, Sie nannten sie auch schon gerade, wo viele Akteure Contents einspeisen können, Verweissysteme, mit denen zusammenarbeiten, wo wir mit User-Generated Content, mit redaktionellem Content, mit automatisch generierten Metadaten ein konfederiertes System eben halt aufbauen in Deutschland. In der Zusammenarbeit der Landesbildungsserver, mit dem deutschen Bildungsserver, mit den Landesmedienzentren. Da sind viele Player und es sind auch natürlich Verlage, private Einrichtungen und auch Privatleute, die dazu beitragen sollen. Und es ist wichtig, dieses als Ganzes so zu denken. Auch hier würde ich Herrn Vorbel wirklich folgen. Wir müssen das doch breiter denken. OER ist ein wichtiger Punkt dabei, aber OER alleine wird diese Thematik auch nicht lösen. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Appelhoff von der Landesanschaft für Medien in Nordrhein-Westfalen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für die Möglichkeit, auch hier zum Antrag der Beraten Stellung zu nehmen. Wir würden das seitens der LfM natürlich mit der Fokussierung und der Perspektive bezogen auf unseren klaren Aufgabenkontext, den wir haben. Und das betrifft dann natürlich weniger die Ausstattungsinitiativen und Ähnliches mehr als die Frage der Qualifikation. Und ganz entscheidend für uns auch die Frage, welche Kompetenzen in Bezug auf Medien sollen eigentlich Schüler erlernen? Und vor dem Hintergrund haben wir mit Besorgnis die Studien, die Professor Breiter und Herr Professor Offenanger erarbeitet haben, zum Thema Medienkompetenz in der Schule gelesen und gesehen. Und zwar insofern, als beide Studien sowohl für die Grundschule als auch für die fünfte, sechste Klasse der weiterführenden Schulen deutlich machen, dass das Thema Medien im Sinne von didaktisches Instrument, im Sinne von Lehrwerkzeug in der Hand der Schüler und der Lehrer in den Schulen zwar aufgegriffen wird, nicht vielleicht optimal, aber es ist präsent, dass aber das Thema Thematisierung von Medien im Sinne von Reflexion und Analyse, dass in diesem Kontext noch erhebliche Bedarfe da sind. Um das vielleicht ein bisschen locker zu sagen, währenddessen das Thema anwenden können, nutzbar machen können von Medien, bedienen können, das Pflichtprogramm für jede Schule ist, ist das Thema eher Analyse, Reflektieren, ein Kürprogramm. Ich überziehe das jetzt mal, wenn man noch die Zeit dazu hat. Wenn das so wäre, dann hätten wir ein großes Problem aus unserer Perspektive. Und das bestätigen uns die Ergebnisse einer Studie, die wir mit Professor Brandt an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt haben, ganz aktuell. Deshalb ist es noch nicht im Papier enthalten. Und die Ergebnisse sind noch nicht publiziert, aber sie sind für uns so wichtig, das würden wir Sie gerne weitergeben, weil Herr Professor Brandt sehr differenziert die unterschiedlichen Ebenen von Internetnutzungskompetenzen analysiert hat in Bezug auf die dysfunktionale Nutzung des Internets. Das heißt, am Beispiel von Internetsucht und am Beispiel von Cybermobbing. Und die Ergebnisse ganz kurz und mit meinen Worten, Herr Professor Brandt kann das viel besser als Psychologe, zusammengefasst ist, dass es eigentlich nicht wesentlich darum geht, anwenden zu können, bedienen zu können, kreativ nutzen zu können, unmittelbar lernen zu können. Wenn die Analyse und die Reflexion konkret in seinem Sprachgebrauch die Selbststeuerung, die sich aufbaut durch Analyse und Reflexion, nicht zugleich mitvermittelt wird, ist das reine Vermitteln von Kernkompetenzen im Sinne von Anwendung eher kontraproduktiv, weil es eher Risiken erhöht. Denn je mehr ich kann, umso mehr kann ich ausnutzen, benutzen, ohne aber zu reflektieren, zu welchem Zwecke tue ich das. Und wir würden das deshalb und vor dem Hintergrund gerne nochmal unterstreichen, gerade wir haben beim Medienpass den fünften Kompetenzbereich, analysieren, reflektieren, befürchten auch da, wir sind gespannt, dass es Kür ist und nicht Pflicht. Und wir würden bei der Thematisierung des Themas Chancen der Digitalisierung gerne in den Mittelpunkt von unserer Seite ausstellen. Wenn man die Chancen wirklich nutzen will, heißt es kompetent nutzen, im Sinne der eigenen Person, nicht schädlich, sondern nützlich. Und das heißt immer auch Analyse und Reflexion, Selbstregulierung stärken und nicht nur Hinführung zum Gerät. Danke. Herr Oppenheuser von Learnline NRW, bitteschön. Ja, vielen Dank für die Einladung von Learnline NRW, ja, aber vor allen Dingen heute auch als Medienberater in den Kommunen Neverkusen und Köln. In den Stellungnahmen der Sachverständigen gibt es einen Tenor, der durchgeht. Das ist der Informationsfluss, die strukturelle Verankerung und die Begleitung der Schulen. Darauf möchte ich kurz aus meiner Sicht als Medienberater eingehen. In den letzten 13 Jahren erlebe ich die Unwirksamkeit von Medienkonzepten. Medienkonzepte sind häufig von Medienkoordinatoren erstellt, der Schulleitung vielleicht bekannt und werden eventuell vom Schulträger für die Medienentwicklungsplanung genutzt. Aber wer kennt die Medienkonzepte an den Schulen? In meinen Beratungstätigkeiten ist das sehr wenig der Fall. Also im Unterricht kommen diese Konzepte eigentlich nicht an. Mit dem Medienpass NRW gibt es endlich ein Instrument für ein wirksames Medienkonzept. Und dabei steht nicht der Medienpass für die Schüler im Vordergrund, sondern das Kompetenzraster und der Lehrplan-Kompass, in dem die Medienkompetenzen aus den Kernlehrplänen zusammengefasst sind. Das bietet die Möglichkeit der unterrichtlichen Verankerung, endlich. Genau das erkennen die Schulen in den Beratungssituationen und sehen den Mehrwert. Fachkonferenzen legen die Medienkompetenzvermittlung im schulinternen Curriculum fest. So entsteht ein wirksames Medienkonzept. Weiterhin bietet sich hier die Möglichkeit, und es entsteht ein Ausstattungsbedarf, der Richtung Kommune formuliert werden kann, ganz konkret durch die unterrichtliche Verankerung. Und es entsteht ein Fortbildungsbedarf, oder es entsteht ein Fortbildungsbedarf Richtung Kompetenzteams. Und dort kann die fachliche Fortbildung in Zusammenarbeit mit den Medienberatern, den Medieneinsatz fachlich schulen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Strukturen im Land genutzt und ausgebaut werden. Das heißt, landesweit in den Bezirken und in den Kommunen. Die Bezirksregierung habe ich so ansonsten in Stellungnahmen wenig gefunden, erlebe sie selber aber als einen sehr wichtigen, ich sage mal, Player, der nicht so richtig Berücksichtigung findet. Kommunikationswege müssen definiert und Aufgaben beschrieben werden. Ansonsten bleibt es dabei, die Schulen sagen, in der Beratungssituation, und das bestätigen mir viele Medienberater vor Ort, landesweite Angebote sind nicht oder auch nur zum Teil bekannt. E-Mails, Flyer und Ähnliches reichen heute nicht mehr aus für die Informationen. Die wahren Experten, um sich ein Bild über den aktuellen Stand zu machen, sind eigentlich die Schulen, und das ist ein Großteil der Schulen, die nicht gut ausgestattet sind, die kein wirksames Medienkonzept haben und die keine Unterstützung oder eine geringe Unterstützung nur haben. Ich möchte kurz zwei Beispiele für den Ausbau der Strukturen geben. Zum einen in der Bezirksregierung Köln wird in der Planungstagung der Medienberater die Beratung der Schulen bei der Medienkonzeptentwicklung ausgearbeitet für ein einheitliches Vorgehen in den Bezirken. Demnächst wird in der Dienstbesprechung Lehrerfortbildung in der Bezirksregierung Köln die Idee des Medienkonzepts auf Grundlage des Medienpasses vorgestellt, um das weitere Vorgehen der Planungstagung der Fachmoderatoren zu bestimmen und die Kooperationsmöglichkeiten der Fachmoderatoren und Medienberater zu eruieren. So kann den Schulen ein passgenaues Angebot gemacht werden, wenn diese ihren Fortbildungsbedarf formulieren. In Leverkusen konzipieren wir zurzeit ein Gremium Medienbildung, in dem sich die Akteure vernetzen. Für diese beschriebenen Aufgaben, nämlich 45, am Beispiel Leverkusen jetzt mal, 45 Schulen zu beraten, zu begleiten, zu schulen, das kommunale Netzwerk zu organisieren, den Schulträger bei der Medienentwicklungsplanung zu unterstützen, in der Bezirksregierung bei den Planungstagungen mitzuwirken und landesweit auf Veranstaltungen teilzunehmen, bin ich in Leverkusen mit sechs Stunden freigestellt. Und es gibt dort kein Medienzentrum, was diese Arbeit ansonsten übernehmen würde. Danke. Dankeschön. Herr Dr. Marienfels vom Rhein-Spergischen Verein Christliche Schulen. Bitte schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde ganz kurz nochmal aus der Perspektive von einer Schule im Freien Christlichen Gymnasium darstellen, was für Erfahrungen wir haben und was für Konsequenzen wir gezogen haben. Und es ist wichtig, Schule als einen geschützten Lebensraum zu entwickeln. Und da der im 21. Jahrhundert stattfindet, gehört Mediennutzung vom ersten Tag an mit dazu. Es ist klar, wir wollen eine gewisse Einheitlichkeit. Es ist klar, wir brauchen immer eine Entwicklung. Und ich habe mich gefreut zu hören, dass das Kollegium in breiter Basis wie auch Eltern und Schüler einbezogen sein müssen. Und um es knapp zu machen, wir müssen Medien nutzen und müssen wissen, wo wir sie nicht nutzen. Die Idee, eine Woche ohne Strom zu machen, kam von unserer Laptop-Klasse. Das Bewusstsein wirklich zu reflektieren, zu sagen, wann ist es sinnvoll einzusetzen, auch in Fachkonferenzen zu debattieren, wo nutzen wir, wo sitzen wir nicht. Darum muss es unserer Meinung nach im Allgemeinen gehen. Das heißt, Medien in dem Gesamtkonzept von Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen zu sehen. Danke. Danke. Herr Dr. Weichers, Wikimedia Deutschland. Guten Tag, hallo. Ich falle wahrscheinlich etwas aus der Rolle aufgrund der Organisation und würde mich deshalb auch gerne auf einen Schwerpunkt beschränken, nämlich auf die Produktion von freien Lernmitteln unter freier Lizenz für den Einsatz im Schulunterricht, wie es im Antrag heißt, für die wir uns natürlich sehr stark machen. Und ich würde gerne aufgreifen, was Herr Keres gesagt hat, dass die Lehrerweiterbildung und Schulentwicklung zusammen gedacht werden muss. Nicht anders ist es natürlich bei den Lehr- und Lernmaterialien, die genau das befördern sollen oder nicht befördern können. Und ich würde vielleicht hier ergänzen, dass vielleicht nicht an eine Plattform gedacht werden muss, die dort benannt wurde, aber auf jeden Fall an einheitliche Standards. Und diese müssen in irgendeiner Form etabliert werden. Und wenn man daran denkt, dann hat man schon ein Stück weit eine kleine Neuerung, die vielleicht eine größere Bewegung in den Bildungssektor bringen kann, als das bisher der Fall war. Wenn wir die Erarbeitung von Lehr- und Lernmaterialien öffnen, sie unter eine freie Lizenz stellen, die jedem ermöglichen, dass ein Arbeitsblatt, ein Curriculum oder vielleicht auch ein ganzes Buch weiterentwickelt, weiterverwendet oder dann auch weitergegeben werden kann, dann sind viele, viele Potenziale dort enthalten, die auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, für die Schule, für das Bildungssystem an sich Innovationen hervorbringen können. Inklusion steht als wichtiger Punkt, glaube ich, auch auf der Agenda hier in Nordrhein-Westfalen. Das ermöglicht natürlich eine freilitzensiertes Lehr- und Lernmaterial, wenn ich das für unterschiedliche Stufen anpassen kann und auch jedem Lehrerinnen und jeder Lehrer das Ganze dort ermöglichen. Also Chancengleichheit als ein großes Themenfeld, was genau mit so einer Initiative, die auch in vielfältigen Stellungnahmen mit Pilotprojekten oder mit einer Förderstruktur benannt wird, angegangen werden kann. Es sind viele lizenzrechtliche Fragen, die eine Rolle spielen. Ich stimme nicht zu, dass die engen Schranken des Urheberrechts überwunden werden müssen, wie Frau Faber gesagt hat, sondern dass es eigentlich quasi innerhalb des Urheberrechts eine Weiterentwicklung ist, also keine Überwindung, sondern einfach eine Ergänzung dessen, was momentan schon da ist. Und ich glaube, dass man hier gemeinsam auch als Bundesland, wenn man so eine Initiative entwickelt, Berlin ist da schon weiter, die sind diesen Schritt schon gegangen. Ich glaube, in vielen anderen Ländern gibt es auch schon Initiativen. In der digitalen Agenda steht es, im Koalitionsvertrag auch, dass man hier einen guten ersten Schritt gehen kann. Dankeschön, Herr Dr. Reichertz. Frau Amina Johansson, Medienbildung, ein Feuerzentrum für Medien und Bildung des Südorfes. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, für die Einladung. Zu den technischen, pädagogischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ist viel gesagt worden bereits. Und wir arbeiten natürlich in einem großen Netzwerk hier im Land seit Jahren zusammen. Und es zeigt sich hier in der Präsenz der Sachverständigen, man kennt sich durch die Arbeit miteinander. Und ich werde das, was hier Gutes und Wichtiges gesagt wurde, nicht noch einmal wiederholen, sondern mich konzentrieren auf den kommunalen Aspekt und auf Costa. Das ist eine Abkürzung dieser schönen Vorname Costa. Oh, Costa könnte man schon fast sagen. Nämlich die kommunalstaatliche Zusammenarbeit, die für uns als Landschaftsverband Rheinland in der Unterstützung der Kommunen eine wichtige Rolle spielt. Denn alle das, was Sie jetzt mit diesem großen digitalen Reformvorhaben hier im Land anschieben wollen, ist wichtig. Aber es muss auch bei den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, aber vor allen Dingen auch bei den Schulämtern vor Ort ankommen. Und ich glaube, da sind wir an einer großen Bruchstelle der Beratung. So wichtig Lehrerfortbildung ist, so wichtig, das haben wir in dem Prozess der Implementierung des Medienpasses kennengelernt, ist es die Schulträger, die ja zuständig sind für die technische Ausstattung vor Ort. Und die Kommunen müssen ja das Geld in die Hand nehmen. Und die muss man überzeugen von diesem digitalen Reformvorhaben der Bildungsinnovation. Und das ist ein zäher Prozess, aber ein lohnender Prozess. Denn wenn man mal die Schulämter, die Schulträger, die Liegenschaftsämter zum Teil auch, die bauen ja die Schulen auf und um. Und da werden ja auch entsprechende digitale Zugänge gelegt. Das muss alles Hand in Hand gehen. Sonst funktioniert nachher das, was man sich hier vorstellt, möglicherweise vor Ort doch nicht so, wie man sich das im Land plant. In Verantwortung des Landschaftsverbandes Rheinland gegenüber seinen Kommunen können Sie im Antrag in meiner Stellungnahme oder in unserer Stellungnahme nachlesen, dass wir meinen, dass die kommunalen Unterstützungssysteme mitgenommen werden müssen. Jetzt sage ich ausdrücklich nicht nur Medienzentren. Es ist so, wie Herr Oppenheuser als Lehrer erlebt, als Medienberater, der eigentlich in seinem Erlass stehen hat, dass er mit seinem Medienzentrum zusammenarbeiten soll. Was soll er tun, wenn Leverkusen kein Medienzentrum mehr vorhält, weil die ehemalige Bildstelle dort in seiner Funktion nicht mehr da ist. Aber wir durchaus ein Schulamt möglicherweise vor Ort haben, der die Ausstattung betreibt, nämlich auch eine Intra- oder Internetstruktur entsprechend legen könnten, mit WLAN ausstatten könnten. All das ist ja wichtig, um das, was man pädagogisch vorhat, auch technisch zu realisieren. Und da fehlt oftmals dann, wenn kein Medienzentrum vor Ort ist, ein Ansprechpartner, der gewillt ist, da auch mitzuziehen. Und ich glaube, da sollte man unbedingt ein Mapping, mal ein kommunales Mapping auflegen, um zu sagen, wer ist denn konkret ansprechbar vor Ort. Und dann verbindlich, wenn man ein Vorhaben ausschreibt, vielleicht auch Geld ausgibt, festlegen, mit wem die Landesebene kommunal zusammenarbeitet. Und in der kommunalen Verfasstheit dieses Landes, das ist ja sehr komplex, ich muss es sehr oft erklären, auch unseren Partnern gegenüber, können wir wirksamer sein, wenn wir wissen, wer vor Ort tatsächlich für die technische und pädagogische Umsetzung der Vorhaben zuständig ist. Und das ist nicht immer so, wie es auf dem Papier steht. Es ist manchmal eine willige Schulrätin, die Leiterin eines Kompetenzteams in der Lehrerfortbildung ist, die auch ein Faible für Medien hat und dann auch noch die Generalin Medien in hat. Dann hat man Glück, wenn die dann auch noch mit dem Schulamt als Ausstatter zusammenarbeitet und auch zusammenarbeitet und dort vereinbart, die Schulen so entsprechend mitzunehmen und das Medienzentrum mit an Bord nimmt. Dann kommt es möglicherweise zu einer Kommunikation, dann auch noch mit der Medienberatung NRW. Und in diesem Schulterschluss kann man solche Vorhaben wie Medienpass, Logineo, Learnline NRW wirklich erfolgreicher umsetzen. Und darum fordern wir hier Costa ein, die kommunalstaatliche Zusammenarbeit. Die Vorhaben können nur in gemeinsamer kommunalstaatlicher Verantwortung erfolgreich umgesetzt werden. Darum gilt es, die kommunalen Medienzentren und im Ausgleich, wenn sie vor Ort nicht vorhanden sind, die anderen kommunalen Einrichtungen wie Schulämter, Schulträger entsprechend in diesem Prozess zu unterstützen und mitzunehmen. Dankeschön. Danke. Frau Kausch von der Initiative D21. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich bedanken für die Einladung und freue mich hier und heute die Sichtweise der Initiative D21 zur Bildungsinnovation 2020 zum Ausdruck zu bringen. Digitale Medien werden heute in Beruf und Freizeit selbstverständlich genutzt. Ein Zustand, der in der Schule alles andere als selbstverständlich ist. Ganz im Gegenteil würde ich sogar sagen. Digitale Medien in der Schule sind die Ausnahme im bundesweiten Vergleich. Genau hier beginnt das Paradoxum. Niemand von uns kann oder möchte auf die Vorteile neuer digitaler Technologien verzichten. Schülerinnen und Schüler zwingen gewissermaßen aber dazu, da die Nutzung digitaler Medien in der Schule nicht verbindlich geregelt ist und von Eigeninitiativen einzelner Lehrerinnen und Lehrer oder Schulen abhängig ist und offen gesagt häufig einfach auch nicht stattfindet. Im Hinblick darauf, dass Schule die Kinder und Jugendlichen auf ein gesellschaftliches Miteinander vorbereiten soll, genau genommen sogar auf eine Welt von morgen, so bedarf es eines vorwärtsgewandten Blickes und der Offenheit für Innovationen und Visionen. Daraus folgt, dass die souveräne Nutzung digitaler Medien einen festen Platz in der Schule finden muss. Wichtig ist hierbei eine interdisziplinäre, also fächerübergreifende Verankerung des digitalen Lernens. Gestatten Sie mir an der Stelle einen Vergleich zur Medienkonvergenz. Der Einsatz heutiger IKT beschränkt sich nicht mehr nur auf bestimmte Anwendungen, zum Beispiel das Handy zum Telefonieren, der Laptop zum Verfassen von Texten oder Fernseher, um sich informieren bzw. zu unterhalten. Heutige mobile Endgeräte eröffnen uns vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Tendenz steigend. Daher darf sich der kompetente Umgang mit digitalen Medien auch nicht nur auf einzelne Fächer beschränken, sondern muss übergreifend zum selbstverständlichen Werkzeug werden. Um digitales Lernen auch in der Bildungslandschaft zu implementieren, bedarf es unserer Auffassung nach folgender drei Aspekte. Und ich denke, mit dieser Ansicht stehen wir nicht allein. Das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Erster Punkt, Infrastruktur. Es bedarf einer zeitgemäßen IT-Ausstattung in den Schulen und einer zeitgemäßen Lehr- und Lernumgebung. Der Einsatz von IKT kann sich darüber hinaus nicht länger auf separate PC-Räume beschränken. Es ist wichtig, IKT als ergänzendes Werkzeug zu mobil zu nutzen und damit auch einen individuellen Zugang zu gewährleisten. In dem Zusammenhang möchte ich von einer 1 zu 1 Ausstattung sprechen. Das heißt, ein mobiles Endgerät tatsächlich für jeden Schüler und jede Schülerin bereitzustellen. Ich meine nicht damit eine Ausstattung von staatlicher Seite. Das heißt, gekoppelt mit dem Bring-your-on-Device-Ansatz und der Bereitstellung mobiler Geräte, also im Prinzip eine Hybridlösung. Zweiter wichtiger Punkt, auch dies wurde schon häufiger genannt, die strukturelle Verankerung. Digitales Lernen in fächerübergreifendem schulischen Curricula. Es bedarf der Entwicklung schulischer Curricula sowie Medienkonzepte, welche das Lernen mit und über digitale Medien fächerübergreifend unverbindlich regeln. Darüber hinaus bedarf es auch einer Evaluation, inwiefern diese Curricula auch tatsächlich Eingang in den Unterricht finden, denn Theorie und Praxis liegen an der Stelle häufig weit entfernt voneinander. Dritter wichtiger Punkt, die Medienbildung der Lehrer. Verankerung des digitalen Lernens in der Lehre aus und Fortbildung, ganz wichtiger Punkt, man muss beide Aspekte bedenken, sonst bringt das alles gar nichts. Das heißt, ein weiterer elementar wichtiger Aspekt ist die Lehre aus und Fortbildung, die unter Punkt 1 und 2 genannten Bereiche sind im Kontext sonst wirkungslos. Zum dritten Punkt nochmal, also der Lehre aus und Fortbildung möchte ich ergänzen, dass auch die Punkte Nachhaltigkeit, Reichweite und Aktualität eine wichtige Rolle spielen. Zur Nachhaltigkeit. Es sollte evaluiert werden, ob und wie die vermittelten Kompetenzen auch tatsächlich Anwendungen in der Schul- und Unterrichtsentwicklung finden, denn das irgendwo festzuschreiben, sichert mir noch nicht, dass es tatsächlich auch im Unterricht Einsatz findet und damit auch die Schülerinnen und Schüler erreicht. Reichweite und Verbindlichkeit. Ich stelle die Fragen, inwieweit werden Lehrkräfte durch Fortbildungsangebote überhaupt erreicht? Wie werden Informationen zu Fortbildungsinitiativen innerhalb der Schulen kommuniziert und die Teilnahme auch durch Anreize gefördert? Auch das haben wir bereits gehört. Man muss das auch irgendwo honorieren und Abgeltungsstunden dafür bereitstellen. Lehrer müssen über vorhandene und zukünftige Bildungsangebote im Kontext der Medienbildung informiert werden, um Angebote überhaupt wahrnehmen zu können. An dieser Stelle möchte ich einen Bezug bringen zum E-Government Monitor 2014, eine Studie der Initiative D21, welche genau heute vorgestellt worden ist und die Nutzung und Akzeptanz von elektronischen Bürgerdiensten untersucht. Eine wesentliche Barriere bei der Nutzung elektronischer Bürgerdienste ist das fehlende Wissen über entsprechende Angebote. Ich glaube, das lässt sich wunderbar übertragen auf den Bildungsbereich und die Fortbildungsangebote. Wenn ich nicht davon in Kenntnis gesetzt werde, dass es dieses und jenes gibt, kann ich es auch schlecht nutzen. Letzter Punkt dazu, Umfang und Aktualität der Inhalte. Neben der Frage der zu vermittelnden Inhalte und Kompetenzen zum Thema digitales Lernen, muss auch die regelmäßige Anpassung an eine sich ständig weiterentwickelnde digitale Gesellschaft bedacht werden. Die Entwicklung hin zu einer digitalen Gesellschaft muss auch in der Bildungslandschaft zum Ausdruck kommen. Daher muss eine Offenheit und Bereitschaft in Bezug auf innovative Lern- und Lernumgebungen auf allen Ebenen erreicht werden. Beim Bund, den Ländern, den Trägern und letztlich den Schulen selbst. Im Hinblick auf eine digital souveräne Gesellschaft und der damit verbundenen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sollten alle erdenklichen Unterstützungsleistungen genutzt werden, um das Thema digitales Lernen in der Schule voranzutreiben. Ein Thema, welches uns als Initiative D21 besonders wichtig ist. Dankeschön. Danke, Frau Kausch. Herr Rachner von dem Evangelisch-Stiftischen Gymnasium in Güterswald. Danke, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, ich möchte nur kurze Momente aus unserer Stellungnahme herausnehmen und sie etwas ergänzen und ansonsten darauf verweisen. Wir haben seit 15 Jahren Erfahrung mit Laptop in der Schule. Wir haben einen schuleigenen Lab-Server, ein WLAN-System, das darauf basiert in der gesamten Schule. Alle unsere Schüler zwischen 7 und 10, also Klasse 7 und 10, sind im Besitz eines Laptops. Wir haben ein Laptop-Curriculum, das integriert ist in die Kernlehrpläne der Jahrgangsstufen. Und wir haben, um unsere medienkritische Erziehung weiter zu unterstützen, Lehrer, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schülern zu Medienscouts ausgebildet. Auf unser Jubiläum, zu dem ich gerne einladen möchte, das ist begleitet von einem wissenschaftlichen Symposium von Theoretikern und Praktikern aus diesem Bereich. Das findet am 5. und 6. März in Gütersloh statt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Ich erlas in einigen Stellungnahmen freien Zugang zum Internet. Davor möchte ich warnen. Wir kontrollieren diesen Zugang, um bestimmte Seiten zu verhindern. Wir haben einen Vertrag mit den Eltern. Die Laptops sind natürlich auch zu Hause zu benutzen und da liegt der Zugang dann in der Verantwortung der Eltern. Wir haben über unseren Server keinen Zugang zu den sogenannten sozialen Netzwerken und auch keinen Zugang zu YouTube. Das hat vor allen Dingen in dem letzten Aspekt eine Fragestellung der Datenmenge, die dort abgegriffen wird. Open Educational Resources, zwei Aspekte, die zu beachten sind. Qualitätskontrolle und der Kostenaspekt. Der Kostenaspekt bei der Erstellung und der Kostenaspekt, wir brauchen Endgeräte für alle Schüler. Unsere Schüler finanzieren in einem Mietkaufverfahren diese Geräte. Und diese Geräte in Schule können und dürfen nur professionelle Geräte sein. Die kann man nicht billig in einem Supermarkt erwerben, dann können Sie sich nach einem halben Jahr davon verabschieden. Und damit Sie so eine Kostenvorstellung bekommen, in der ersten Hälfte der Jahrgangsstufe 7 werden die Geräte ausgeliefert. Die werden jeweils von Laptop-Beiräten der Eltern ausgewählt, nach Vorschlag von Fachleuten an der Schule. Und in einem Mietkaufverfahren monatlich rund 30 Euro erwerben die Schüler diese Geräte mit allen Lizenzen im 10. Schuljahr. Herr Kühnlenz vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Auch meinerseits zunächst schönen Dank für die Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Ich spreche hier für den Deutschen Bildungsserver und aus dieser Perspektive möchte ich auf lediglich zwei der hier zur Diskussion stehenden Vorstellungen aus dem Antrag der Piratenfraktion mich äußern, die von überregionaler Bedeutung sind. Zunächst ist es mir wichtig zu unterstreichen, dass mit dem Deutschen Bildungsserver, ich spreche hier also zugleich pro domo, aber das ist nicht peinlich, da auch aus Sicht des Bundes und der Länder, dass mit dem Deutschen Bildungsserver eine zentrale Nachweisstruktur für Bildungsmedien im Internet seit den 90er Jahren bereits besteht. Ferner, dass wir auf operativer Ebene als deutscher Bildungsserver sehr enge Kooperationsbeziehungen zu den Ländern in Gestalt der Landesbildungsserver pflegen, darunter auch zu LearnLine. Hier gibt es eine enge Zusammenarbeit sowohl auf technisch-infrastrukturellem Gebiet als auch auf der inhaltlichen Ebene. In dem Kontext dieser Kooperation sind Initiativen entstanden, die zur Herausbildung einer bundesweiten Plattform geführt haben, die bereits realisiert ist, im Netz adressierbar. Die wesentliche Anforderung einer solchen zentralen Nachweisplattform, das möchte ich unterscheiden von einem zentralen Repositorium, da stimme ich mit Herrn Kerres überein, das wäre keine wünschenswerte Entwicklung oder auch keine realistische, die aber im Sinne eines Referatoriums, also einer koordinierten Nachweisstruktur für digitale Unterrichtsmedien bereits vorhanden ist, aufnahmefähig und ausbaufähig ist, für etwaige Wünsche aus der Politik umfangreichere Datenbestände hier darzustellen. Um das mal mit einer Zahl zu adressieren, bislang, bis dato, sind bereits 55.000 digitale Objekte, die mit Steuergeldern finanziert durch die Länder und den deutschen Bildungsserver erarbeitet wurden, auf dieser Plattform, Elixier genannt, verfügbar. Davon übrigens bereits 5.000 freilizenzierte Lehr- und Lernobjekte, also sogenannte OER. Diese Empfehlung aus dem Papier der Piratenfraktion zur stärkeren Förderung offener Bildungsmaterialien und Verfügbarkeit von OER unterstützen wir ganz entschieden. Wir sehen hier einen ganz wichtigen Handlungsbedarf. Es ist ja auch bereits auf der politischen Agenda angekommen. Die KMK im Dialog mit dem BMBF berät hierüber bekanntlich. Sollte die Politik sich hier positionieren, eine OER-Policy aufsetzen, das meine Rede pro Dom und damit schließe ich auch, sollte an bestehende Strukturen, wie ich sie eben skizziert habe, und auch Qualitätssicherungsmodelle, um kurz auf den Vorredner Bezug zu nehmen, angeknüpft werden und über eine Mandatierung und eine entsprechende Ausstattung dieser Initiativen nachgedacht werden. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Spang von der Kaiser-Rät-Augusterschule. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, danke Ihnen für die Einladung und für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Es freut mich sehr, dass auch vor allem Vertreter der Schulen da sind, denn die gehören auch hierher, denke ich mal. Und in meiner Argumentation stütze ich mich, dass ich selber aus Schule komme, auf langjährige Praxiserfahrung im Einsatz digitaler Medien als Lehrender am Gymnasium, in dem Fall an der Kaiser-Rät-Augusterschule in Köln, aber auch an Hochschule und Universität. Mein Schwerpunkt liegt ganz klar auf der schulischen Bildung und da geht es um Kompetenzen. Und in Bezug auf die Bildung in einer digitalen Gesellschaft, medial geprägten Gesellschaft im 21. Jahrhundert, sehe ich selbst vier Kernkompetenzen, die auch mit K anfangen und für mich im Mittelpunkt stehen. Einmal die Kommunikation, einmal das kritische Denken, einmal die Kreativität und die Kollaboration. Ja, und um die Lernenden dabei zu unterstützen, diese Kompetenzen zu erlangen, bedarf es spezieller entsprechender Lernsettings und Infrastrukturen. Das haben wir ja auch schon vielerorts gehört, denn ich bin freundlicherweise auch schon zitiert worden von Frau Professor Faber, dass die Schule kein Elfenbeinturm sein darf, heutzutage mehr denn je nicht mehr sein darf. Deswegen bedarf es eben dieser Settings und eben vor allem der konstruktiven, produktiven Nutzung der Medien im Unterricht. Also nicht nur als Inhalt, sondern wirklich als konkrete Nutzungsszenarien. Handlungsbedarf sehe ich dann eben konkret in der Bereitstellung von Infrastrukturen, notwendigen Infrastrukturen, das heißt Breitbandanschluss, ist dann ein Schlagwort, WLAN, um mobile Endgeräte, die es nun heutzutage gibt und auch in fast jeder Schülertasche gibt, ob das gut oder schlecht ist, sei jetzt nicht diskutiert, um produktiven Unterricht einsetzen zu können. Stichwort Biot, bring your own device. Dann eben die Bereitstellung entsprechender Bildungsmaterialien, digitaler Art, denn ich als Lehrer weiß sehr wohl, ohne meine Unterrichtsmaterialien kann ich wenig tun. Wenn ich jetzt Geräte habe und habe keine digitalen Materialien, bringt mir das auch nicht wirklich viel und daran werden die meisten Kollegen dann eben ihr erstes Problem finden. Also digitale Bildungsmaterialien, das müssen nicht zwingend OER sein. Meines Erachtens muss das parallel existieren und verfolgt werden. Bereitstellung entsprechender Arbeitsplattformen, haben wir auch schon gehört, von Herrn Faupel zum Beispiel. Cloud-Lösungen, Arbeitsplattformen, wenn wir digitale Geräte und Medien nutzen, dann müssen wir auch auf Plattformen arbeiten. Diese müssen Datensicherheit gewährleisten. Aber ich sage mal, Elfenbeinturm, wir müssen auch im Blick behalten, dass es eben soziale Netzwerke gibt und die Schüler, die eben nutzen. Und ich sehe es als wichtig, dass wir die nicht verbieten, sondern wirklich konkret in den Blick nehmen. Dies können wir auch eben nur, indem wir die Dinge tun. Denn das wissen wir alle am besten. Wir lernen Dinge nur, indem wir sie tun. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und dann komme ich auch gleich zum Schluss. Innovative Lern- und Fortbildungsangebote haben wir auch von Professor Keres schon gehört. Fortbildung ist es eben nicht alleine, denn wir sind alle Lernenden, gerade in der Schule. Eine lernende Organisation müssen auch die Lehrenden lernen. In dieser Welt, die sich immer schneller dreht, wir müssen das Ganze eigentlich neu denken. Rethink-School und als Art Open Space sehen mit unserem Lernen zusammen. Das ist sehr sportlich und schwierig, aber da müssen wir, glaube ich, ran. Rethink-Education heißt für mich eine Umstrukturierung letztendlich der schulischen Bildung. Innovationen müssen mit Mut vorangebracht werden. Dazu brauchen wir sie. Ressourcen müssen bereitgestellt werden, um Deutschland da zukunftsfähig zu machen. Vielen Dank. Danke für den Landesverband der Volkshochschulen. Frau Witt. Vielen Dank für die Möglichkeit, die Sichtweise des Landesverbandes der Volkshochschulen und damit auch der Erwachsenenbildung hier darstellen zu dürfen. Der Landesverband der Volkshochschulen unterstreicht, digitale Bildung im Sinne eines sicheren technischen und inhaltlichen Umgangs mit digitalen Medien ist ein Schlüsselfaktor für die individuelle und gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Es geht hier um einen umfassenden Begriff der digitalen Bildung. Erstens die Förderung der Anwendungskompetenz und zweitens die Auseinandersetzung mit den sozialen, politischen und kulturellen Auswirkungen von Informations- und Kommunikationstechnologien ist eine breite Bildung notwendig. Gefordert sind hier Angebote von allgemeiner, berufsbezogener, aber auch politischer Bildung. Und hier unterstützen wir die Rede eben von Frau Appelhoff der Landesanstalt für Medien zum Thema Analysieren und Reflektieren stark. Die Volkshochschulen in NRW bieten bereits ein breites Angebot zur technischen Anwendungskompetenz digitaler Medien und auch schaffen sie bereits erste Formate für einen kritischen Diskurs zum Thema Digitalisierung. Der Einsatz von E-Learning-Instrumenten aber ist landesweit noch sehr unterschiedlich ausgeprägt und teilweise auch wenig entwickelt. Und die Schulen, einige Schulen und vor allem die Hochschulen des Landes sind da deutlich aktiver. Wir empfehlen eine kontinuierliche, prozessbegleitende Evaluation und eine Rückkopplung der Ergebnisse in alle Bildungssektoren und schlagen daher einen bildungsbereichsübergreifenden Beirat vor unter dem Namen Digitale Bildung NRW. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Witt. Das war jetzt das letzte Eingangsstatement der Sachverständigen. Und wir treten jetzt ein in die erste Fragerunde. Die erste Wortmeldung kommt von Frau Pieper. Bitteschön. Ja, ganz vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und Ihre Ausführungen heute hier. Der Antrag unserer Fraktion ist ja nun inzwischen fast ein Jahr alt, von dem letzten Herbst. Und hier in NRW ist unserer Meinung nach in der Zwischenzeit nicht so richtig viel passiert, aber es hat ja durchaus Entwicklung gegeben. Der Bundesrat hat sich mit der Mitteilung der Europäischen Kommission die Bildung öffnen beschäftigt und eine kritische Stellungnahme dazu abgegeben. Auch hier sieht die Landesregierung bisher keine Relevanz der Mitteilung für ihre Arbeit. Der Themenbereich digitales Lernen hat jedoch auch die Bundesregierung inzwischen in ihrer digitalen Agenda aufgenommen. Sie hat angekündigt, gemeinsam mit den Ländern und weiteren Akteuren aus allen Bildungsbereichen eine Strategie, digitales Lernen zu entwickeln und die Chance der digitalen Medien für gute Bildung entschlossen nutzt, weiterentwickelt und umsetzt. Vor diesem Hintergrund freut es uns, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns zu diesem zukunftsweisenden Thema hier auszutauschen. Es schließen sich eine Reihe Fragen an. Ich fange mal an mit einer Frage an Herrn Dr. Weichert von Wikimedia. Sie haben sich gerade ganz deutlich für die Nutzung von Lernmitteln unter freier Lizenz ausgesprochen. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich das vorstellen von der Organisation und Entwicklung und Produktion dieser Medien. Und für uns ist natürlich wichtig, was kann Politik tun, um diese Entwicklung zu unterstützen? An Herrn Prof. Keres, Sie haben gerade über Fortbildungsmaßnahmen gesprochen, die nicht ausreichend sind. Ich würde gerne wissen, was für Alternativen Sie noch sehen. Wie können wir noch handeln, um da eine bessere Versorgung bei den Lehrern herzustellen? An Frau Witt vom Landesverband der Volkshochschulen. Sie haben ausdrücklich Förderinstrumente der Landesregierung zum Einsatz von OER in der Weiterbildung gefordert. Ich möchte gerne wissen, wie Ihrer Meinung nach solche Förderinstrumente aussehen könnten. Und an Frau Johannsen hätte ich die Frage. Sie sprachen gerade, Moment, dass die kommunalen Träger eingesetzt werden müssen, als Ansprechpartner dienen können. Aber Sie sprachen auch davon, dass es Kommunen gibt, die haben halt so ein bisschen ein Fable dafür. Mich würde interessieren, ob Sie eine Idee haben, wie man das halt verbindlich gestalten kann. Weil es nutzt nichts, wenn wir Kommunen haben, die das halt gerne machen, weil sie jemanden an der... Meinstens ist ja nur eine Person, die an der Stelle sitzt und sagt, da habe ich Spaß dran. Aber ich denke, wir müssen das ja flächendeckend sicherstellen, dass die Kommunikation da klappt. Herzlichen Dank. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich sage auch im Namen unserer Fraktion herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und auch für die Beiträge jetzt hier nochmal in der Anhörung. Ich würde gerne Herrn Professor Keres, Herrn Heinen fragen, was steht eigentlich im Zentrum? Die Frage der Schulentwicklung, das habe ich bei vielen rausgehört, ist die zentrale Frage. Es geht nicht so sehr um Technologietransfer, sondern die Frage von Kulturtechniken, von Literacy. Und eben nicht, Frau Faber hat das auch ausgeführt, Medienplanung in Form der Frage von Lebenszyklen, von Gerätschaften. Da werden wir, glaube ich, nie hinterherkommen, wenn ich mir anschaue, wie Geräte jeweils modernisiert werden, die nächste Generation aufgesetzt wird. Das kann nicht der Punkt sein. Also welchen Stellenwert in Unterrichtsentwicklung hat das und welche didaktische Einbettung muss das dann haben, als Thema der individuellen Förderung unterschiedliche Mediennutzung miteinander zu kombinieren? Und wo sehen Sie da die Bedarfe und was kann dann diese Diskussion zum Thema der individuellen Förderung beitragen? Ich habe, wenn ich das zugespitzt sagen darf, manchmal das Gefühl, die Frage der Anwendungskompetenz ist nicht das Problem der Kinder und Jugendlichen, sondern da geht es in der Tat um die Frage kritischer Mediennutzung und Einbettung, die wir regeln müssen und wo wir daran arbeiten müssen. Das ist im Rahmen einer Verbraucherbildung, im Rahmen der Medienbildung der wesentliche Punkt. Und von daher auch an Herrn Faupel die Frage, wie wir diese Fokussierung dahin kriegen. Also da habe ich eher das Problem, dass Lehrer und Lehrerinnen noch unterwegs sind mit Anwendungsproblemen, aber diese andere Frage eben nicht geregelt ist und wir die Schülerinnen und Schüler stärker in den Fokus nehmen würden. Ich würde gerne Herrn Oppenheuser fragen, wie viel Zeit nimmt diese Frage, individuelle Förderung, dass die didaktische Einbettung in Ihrer Unterstützung und Beratung der Schulen eigentlich ein? Was wird da vorrangig gefragt und wie kriegen wir es denn auch hin, den Dreh wirklich dahin zu kriegen? Und abschließend eine konkrete Frage noch an Herrn Rachner. Ich habe das mal gerechnet, was Sie dargelegt haben. Also knapp 1500 Euro legen die Eltern zwischen dem siebten und der zehnten Klasse dann an. Inklusive Softwarenutzung nehme ich an. Wenn ich mir jetzt die klassischen Geräte, Rechner, Laptop anschaue, was die heute kosten, wenn ich ein Schülerstudiepaket, ein Office-Paket und ein Betriebssystem habe, dann liegt das alles weit unter dem Preis. Und wenn ich aus der zehnten Klasse rauskomme, dann habe ich vielleicht den Service schon nicht mehr für das Betriebssystem. Und die Anschlussfähigkeit der Programme ist auch nicht mehr so gegeben. Also was ist mit dem Nachhaltigkeitsfaktor in einem solchen Konzept auch der persönlichen Nutzung von Gerätschaften? Und müssen wir nicht wirklich tatsächlich stärker dahin kommen zu dem, was privat auch in den Schülertaschen da ist? Wobei der Spagat zu leisten ist, soziale Gerechtigkeit, Anschlussfähigkeit hinzukriegen. Wie wir da zu einer Kombi kommen, das würde ich gerne auch noch mal an Frau Faber und an Herrn Faubel adressieren. Und ob die Überlegungen auch bei Herrn Rachner da sind, da vielleicht auch mal umzustellen. Also ich als Elternteil würde da doch stark ins Rechnen kommen, wenn ich dann die Nutzungsfähigkeit dieser Gerätschaften und die Anschaffung dann miteinander diskutiere. Dankeschön, Frau Bea. Frau Schmitz. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von Seiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank für Ihre schriftlichen und mündlichen Beiträge. Erlauben Sie mir dennoch eine Nachfrage. Eigentlich hatte ich noch mehrere, aber meine Vorrednerin hat mir schon einige vorweggenommen. Meine Frage richtet sich an Frau Appellhoff. Appellhoff, Sie hatten die Frage der Qualitätssicherung bei veränderten und weiter zu verbreitenden OERs als eine Problematik angesprochen. Besteht aus Ihrer Sicht eine tatsächliche Möglichkeit, dies weitgehend auszuschließen? Oder handelt es sich bis zu einem gewissen Grad nicht auch um eine mögliche negative Begleiterscheinung, die letztlich schwerlich zu verhindern ist? Das ist also vollkommen richtig, was Sie sagen. Risiken muss man sehen, wenn man Chancen nutzen will. Dankeschön, Frau Hendricks. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch einen herzlichen Dank von der SPD-Fraktion für Ihr Dasein und auch für Ihre umfänglichen Stellungnahmen. Ich glaube, es ist ein umwälzendes Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Das ist in der Gesellschaft mittlerweile angekommen. Das konnte man auch ganz gut heute noch mal aus den Stellungnahmen entnehmen. Aber es ist natürlich, und auch das ist etwas, was ich heute noch mal für mich mitnehme, in der Schule vielleicht nicht so angekommen, wie es wirklich hätte ankommen können. Wenn ich mir so überlege, welche Initiativen in den letzten Jahren gelaufen sind, so mit Schulen ans Netz, was ja sozusagen eine der ersten Initiativen war, aus denen ja auch die Laptopklassen noch resultieren, die da entstanden sind, von großen Stiftungen mitfinanziert, dann stellen wir natürlich fest, dass in der Zwischenzeit das Umdenken an dieser Stelle doch deutlich begonnen hat, weil nämlich in der Tat jeder Schüler in der Zwischenzeit ein digitales Gerät in der Tasche hat und eigentlich Schüler häufig weiter sind als Lehrer und Lehrerinnen. So, und dann stellt sich für mich die nächste Frage, wenn Schüler und Schülerinnen weiter sind als Lehrer und Lehrerinnen, wie können wir denn die Widerstände überwinden, die nach wie vor offensichtlich in Schule vorhanden sind, um Medien einzusetzen? Und das knüpft an an das, was meine Kollegin Bär eben gesagt hat, nämlich in das Thema Schulentwicklung. Wie kann man Schulentwicklung so voranbringen, dass der Mehrwert von digitalem Lernen für Lehrer und Lehrerinnen sichtbar wird? Das ist eine Frage, die ich jetzt auch wirklich ganz ernsthaft noch mal an Sie wende. Und dann auch die Frage derer, die in der Lehrerausbildung tätig sind, Herr Kehrs zum Beispiel. Was passiert denn eigentlich in der Lehrerausbildung? Denn wir stellen in den nächsten Jahren in großen Zahlen junge Lehrer und Lehrerinnen ein, die dann über viele Jahre auch das Geschehen an unseren Schulen mitgestalten werden. Und eine Veränderung von Schule gegen Lehrer habe ich bisher sehr selten erlebt. Also mit anderen Worten, wenn ich Schule verändern will, muss ich sie mit Lehrer und Lehrerinnen verändern. Und deshalb die Frage auch, was kann man unter Umständen in der Ausbildung verändern, damit die Ansätze, die ja vernünftig sind, im Hinblick auch durch individuelles Lernen, auch parzelliertes Lernen, Lernen an unterschiedlichen Orten, um auf diese Art und Weise auch auf unterschiedliche Lernbereitschaften von Schülern und Schülern zu reagieren, auch zukünftig besser entsprochen werden kann. Frau Witt, ich habe an Sie auch noch eine Rückfrage, und zwar Herr Voppel hatte in seiner Stellungnahme nochmal darauf hingewiesen, dass auch mit den Volkshochschulen gemeinsam Lehrerfortbildung gemacht wird, ganz gezielt. Mich würde da interessieren, wie weit Sie als Verband der Volkshochschulen auch hier diese Lehrerfortbildung für Lehrer und Lehrerinnen nochmal forcieren können, wie stark die nachgefragt ist. Und an die Vertreter der kommunalen Spitzen, aber auch an die Vertreter der kommunalen Medienzentren würde mich interessieren, was sind denn für Sie zurzeit die herausragenden Fragestellungen? Sprich mit anderen Worten, die Frage der Ausstattung, die Frage des Servers, die Frage der Breitbandanbindung. Was sind für Sie die Fragen, mit denen die Schulen Sie konfrontieren? Herzlichen Dank. Herr Kreiser. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, auch seien es der CDU-Fraktion ein herzliches Dankeschön für die Statements und für die Berichte, die vorgelegt worden sind. Die Fragestellung, die aus der Vielzahl der Berichte kommt, ist ja, oder die Zielsetzung, ist ja die, wie erreichen wir eine flächendeckende Implementierung auf hohem Niveau? Man kann genauso in Stellungnahmen hier im Prinzip feststellen, es ist viel unterwegs, vieles nebeneinander. Wie kriegen wir das aber so hin, dass wir vielleicht als Ziele erreichen, dass wir einmal die Chancen der Digitalisierung als Standortfaktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland sehen, aber gleichzeitig, wie können wir erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler den kritischen Umgang, also das Verstehen im engeren Sinne dieser Medien erreichen. Da scheinen mir die wesentlichen Aufgaben zu sein und eingangs ist ja gesagt worden, man sieht ja nicht, dass es nach vorne geht. Wahrscheinlich aber auch, weil es vom Prozess her nicht so ganz einfach ist. Also die Fragen der Infrastruktur, die Fragen der Inhalte, weil es nämlich eine Frage ist für alle Fächer und nicht eben nur für die EDV-Freaks, der Support. Ich glaube, nur weil man weiß, irgendwo gibt es welche Fortbildungen, ist das noch nicht unbedingt gelebte Wirklichkeit, sondern ist etwas, was vielleicht Freaks nach vorne bringt. Aber ich glaube, wir können nicht darauf verzichten, dass wir sagen, dies muss gelebte Wirklichkeit an jeder Schule werden. Und das ist das vielleicht auch, was für den Schulträger schwierig ist, weil da natürlich die Interessenlage auch aufgrund von beengten Ressourcen so ist, dass man sagt, wir wollen den PACE nicht zu schnell nach vorne bringen. Vor diesem Kontext ist für mich vielleicht einfach mal wichtig, um eine erste Einschätzung zu kriegen, eine Frage an alle, welche Aufgabenstellung oder welchen Ratschlag würden Sie an die Landespolitik geben, was erste Priorität haben sollte, damit man überhaupt mal auf ein Aufgabentableau kommt, um vielleicht zu sagen, wie kann man das weiter abarbeiten. Weil das ist, glaube ich, eher weniger eine Frage des parteipolitischen Streits als wirklich einer geordneten Vorgehensweise. Und ich glaube, dass einfach viel Expertise hier im Raum ist und vielleicht kommt man da ein Stück weiter, um einfach auf eine politische Agenda zu kommen. Deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einfach sich reduzieren würden auf das, was Sie mit oberster Priorität an die Landesebene empfehlen würden. Danke schön, Herr Kaiser. Keine weiteren Wortmeldungen aus der Runde der Abgeordneten. Okay, dann können wir in die erste Antwortrunde einsteigen. Wie zuletzt zumindest deutlich geworden sind, sind eigentlich alle angesprochen mit verschiedensten Fragestellungen. Und wir gehen wieder in der Reihenfolge zum Los vor. Frau Prof. Dr. Faber, wenn Sie bitte beginnen möchten. Ja, ich fühlte mich eigentlich nur direkt adressiert, relativ gegen Ende von Frau Bär und Frau Hendricks und von Herrn Kaiser natürlich. Meinem Kollegen Herrn Faupel überlasse ich die Beantwortung von Frau Bärs Frage zu Bring your own device. Da hat er gesagt, da muss man drüber nachdenken. Zu Frau Hendricks, was sind die herausragenden Fragen letztendlich, vor denen wir stehen, jetzt aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände, glaube ich, sind das vielleicht drei Dinge. Das ist einmal, wie kriegen wir wirklich die Verknüpfung hin? Es ist klar geworden, hier muss einiges Hand in Hand gehen, zusammengehen. Stichwort staatlich kommunale Verantwortungsgemeinschaft. Es geht nicht sukzessive zu sagen, wir brauchen erst die Geräte und dann machen wir was anderes. Das ist, glaube ich, ganz deutlich geworden. Also wir brauchen diese Verknüpfung und dabei bitte die Einbeziehung der regionalen Bildungsnetzwerke. Zweitens glaube ich, wir brauchen eine sichere Kommunikationsplattform in den Schulen. Das ist auch das, was Herr Faupel auch schon angesprochen hat. Zurzeit gibt es dieses Projekt, was in der Pilotierung ist, Logineo. Das habe ich auch angesprochen. Wir brauchen eine sichere Kommunikationsplattform in den Schulen. Und dazu bedarf es der Anstrengung von allen Beteiligten. Und als drittes, als herausragende Frage, das ist auch schon thematisiert worden. Wie gelingt es, dieses Thema zu einem ureigensten Thema für alle Lehrer zu machen? Dass Sie das wirklich auch als ganz große Herausforderung sehen. Welcher Ratschlag an die Landesregierung, Herr Kaiser, wenn ich das jetzt wüsste, was hat erste Priorität, kann ich ehrlich gesagt kaum beantworten. Ich würde sagen, vielleicht diese sichere Kommunikationsplattform. Das wäre ein Ding, was wir wirklich jetzt brauchen. Aber ansonsten bestimmt auch noch mal einfach das Auflegen einer Strategie mit allen Beteiligten zusammen. Danke. Dankeschön. Herr Faupel. Also es entstand eben so der Tenor, da wurde so geäußert, dass wir nicht schnell genug sind in Nordrhein-Westfalen, dass wir nicht überall gleich gut in den Schulen ankommen und das, ganz lax formuliert, nicht so viel passiert sei. Gut, ich muss aus meiner Sicht sagen, seit 15 Jahren mache ich das jetzt und es ist noch die Anhörung im letzten Jahr gewesen zu den freien Lernmaterialien, wo wir Positionen hatten von Experten, die grundsätzlich die Dinge infrage gestellt haben. Ich glaube, die Schulen sind nicht schneller als wir selbst. Wir müssen es verstehen und wir müssen auch realistisch mit uns selbst umgehen. Und das Realistische möchte ich auch noch mal sagen, ich habe ja 17 Jahre unterrichtet. Gut, ich kenne jetzt die genauen Verhältnisse in den Schulen, was gerade solche Ausstattungs- und Medienfragen angeht, nicht mehr im Einzelnen. Ich kenne aber Schulen, wo das unheimlich gut funktioniert und wo auch alle Lehrer mitziehen. Warum? Weil sie zum Beispiel die Raumbuchung gar nicht anders machen können als über eine entsprechende Plattform, die die Schule bereitstellt. Und wer das einmal verstanden hat, der wird den Teufel tun und das nicht nutzen, weil er nämlich sonst davor steht und zuschauen muss, wie andere Kollegen das nutzen können. Ich will darauf hinaus, dass wir von den Lehrern und den Schulen etwas verlangen und gleichzeitig aber diese fünf Handlungsfelder, wie ich sie eben vor kurz skizziert habe, gar nicht zu Ende gedacht haben. Ich meine, wenn die Inhalte, die Geräte, die Infrastrukturzugänge und die Arbeitsplattformen, wenn das nicht zusammenpasst, wie soll dann ein Lehrer das nutzen können? Ich kann die Leute gut verstehen, ich habe auch Freunde in meinem Umfeld, die mir dann abends bei einer Vete sagen, was du da immer erzählst, das geht bei mir ja gar nicht. Soll ich dann einen Vorwurf machen, die Kollegen, das geht dann wirklich nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach zu Ende denken und wir müssen auf den Handlungsfeldern Antworten geben. Es müssen nicht für jede Schule die gleichen Antworten sein. Da muss Flexibilität bleiben. Aber ich glaube nicht, dass man, ich glaube, das wollte ja auch keiner, also ich glaube nicht, dass man Lehrern oder Schulen einen Vorwurf machen kann. So wie wir das gestalten und deren Umgebung gestalten, können wir nicht verlangen, dass jeder sich selbstverständlich darauf einlässt. Und das auch zur Frage der Widerstände in den Schulen, die eben gestellt wurde. Und das hat viel mit Schulentwicklung zu tun, die Frage, wie man Schule selbst organisiert. Diese Werkzeuge sind ja alles Werkzeuge auch von Teilhabe und Partizipation und Kommunikation. Und eine Schule, die sich so organisiert, ist sehr viel transparenter. Da können Menschen viel mehr mitwirken, da können Eltern viel genauer sehen, was da überhaupt passiert. Ich kenne das Gymnasium Filder-Bänden, ich kenne die Gesamtschule in Hennelf. Es sind immer nur ein paar, die ich kenne. Und da sind es dann natürlich wieder Leuchttürme. Aber diese Infrastruktur muss so sein, dass Schule so arbeiten kann. Und zu dem Thema der Medienkompetenz, was auch von Frau Beer angesprochen wurde, muss man sagen, es wird auch jetzt von vielen Seiten wurde gesagt, ja, die Handhabung, das können die alles, aber die kritische Reflexion dessen, das muss man stärker machen. Da möchte ich gerne meinen Kollegen André Spang zitieren und sagen, wie soll man das machen, wenn man es nicht nutzt? Das heißt also, diese Diskussion über Analyse und Reflexionsfähigkeit, ich finde das richtig. Aber wie entsteht dann diese Kompetenz? Doch nur dadurch, dass man Medien im Geschichtsunterricht nutzt, im Religionsunterricht nutzt und dass man sie ganz selbstverständlich nutzt und dann feststellt, dass was dort im Internet über die französische Revolution steht, das kann ich so nicht glauben, weil ich nämlich weiß, dass es anders ist. Ich will damit sagen, wir müssen das, diese ganze Reflexion ist eine Mittelebene, die entsteht dann, wenn wir wirklich diese in voller Breite in allen Fächern das auch nutzen. Und insofern sehe ich keinen Widerspruch zwischen Medien, wir können nicht schulen, es ist so ähnlich wie im Straßenverkehr, man erwirbt ja auch keinen Führerschein, um einen Führerschein zu haben, sondern man erwirbt ihn doch, um damit zur Arbeit fahren zu können, also mit dem Auto oder Urlaub oder sonst was zu machen. Das heißt, diese Kompetenz entsteht über das Tun. Und das Tun müssen wir ermöglichen, weil wir einfach auf diese Art und Weise Schule besser organisieren können. Und das hat viel mit Schulentwicklung zu tun. Und zu Bringer ohne Weiß möchte ich ehrlicherweise jetzt sagen, da sitzt der Fachmann neben mir. Danke. Gut, das war schon quasi die Weitergabe des Wortes. Bitte schön. Ja, ich will es auch noch mal zuspitzen. Wir könnten im besten Falle ein Kollegium haben, wo 100 Lehrpersonen beschäftigt sind, die alle über die individuelle Kompetenz verfügen, das anzuwenden und auch kritisch zu reflektieren. Und trotzdem passiert an dieser Schule nichts. Das ist sozusagen das Dilemma, in dem wir uns bewegen. Wir haben auch Befunde aus dem Hochschulbereich und anderswo, wo wir die Erfahrung gemacht haben, wenn wir nur auf die individuelle Kompetenzentwicklung setzen, kommen wir mit dem System Schule oder Hochschule nicht weiter. Und deswegen also dieses Plädoyer dafür, Lehrerfortbildung wirklich konsequent einzubetten in weitere Maßnahmen. Und ich sage das auch deswegen, weil meine Beobachtung ist, dass wir durch die Kompetenzteams und so weiter auch vieles in der Fortbildung, in der Fläche eigentlich passiert. Aber ich beziehe mich jetzt auf ein EU-Projekt zu Bringer on Device, wo wir mit Schulen arbeiten. Wir sind uns, wir wissen nicht, wie werden denn Schulen begleitet eigentlich in dem Prozess. Für diese Begleitung der Schulen kann ich nicht so wirklich erkennen, wo wir in Nordrhein-Westfalen hier eigentlich eine Unterstützung haben. Lassen wir diese Schulen alleine in diesem Prozess? Das ist ein komplizierter Prozess, der viele Ebenen betrifft. Und nochmal, es geht eben nicht nur eben halt darum, dass irgendetwas in einem Unterricht passiert, sondern es geht schon eben darum, Sie haben hier auch Statements gehört, die deutlich machen, es geht schon eben darum, wie wollen wir Lehren und Lernen in der Schule betreiben mit diesen Chancen der neuen Medien. Es geht ja nicht darum, den Englischunterricht eins zu eins weiter betreiben, nur dass Sie jetzt halt an den Laptop sitzen. Sondern es geht uns ja auch darum zu fragen, wirklich, was sind die Potenziale für ein anderes Lernen, für individualisiertes Lernen, für all diese pädagogischen Konzepte. Und deswegen müssen wir mit den Schulen darüber nachdenken und die müssen dann, wollen wir begleiten. Und das ist eben unsere Erfahrung in dem EU-Projekt. Da hatten wir halt Mittel, Möglichkeiten, mit einigen Schulen in Deutschland und Niederlande zu arbeiten, an der Entwicklung solcher Konzepte, die dann eben nicht nur in der Schublade lagen, sondern eben halt wirklich die Schulen auch vorwärtsgebracht haben. Also im Zentrum ganz klar die Message, wir brauchen Wege, wie wir mit den Schulen arbeiten an der Entwicklung ihres Schulprogramms. Wir müssen das als Change-Prozess auffassen, der doch verschiedene Ebenen auffasst und der ganz klar zu kurz greifen würde, wenn es darum geht, Computer in die Schule zu bringen. Die Phasen sind wir längst darüber hinaus. Es geht darum, die Chancen für ein anderes Lernen in die Schule zu bringen. Ein Lernen, was wir auch heute im beruflichen Bereich brauchen, was auch die Wirtschaft weiterbringt, wo wir, glaube ich, wirklich noch viele Möglichkeiten dann hätten. Und was haben wir gelernt in der Arbeit mit den Schulen? Wir haben einen neuen Ansatz ausprobiert, erstmals in einem europäischen Projekt, nämlich eben den Ansatz, wenn die Kinder doch schon alle diese Geräte haben, was passiert, wenn sie die mit in die Schule bringen? Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass das auch eine zusätzliche, spezifische Chance darstellt für ein projektorientiertes Arbeiten, für kooperatives Arbeiten. Die Kinder und Jugendlichen gehen ganz anders mit diesen eigenen Geräten um. Natürlich haben wir auch überall Lösungen gefunden, um auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eben halt Unterstützung zu bekommen, um Schwierigkeiten da auszugleichen. Das war in der Praxis aber eigentlich nicht das Problem. Jede Schule muss ihren Weg finden. Das kann so sein, wie in Gütersloh beschrieben. Wir sind davon überzeugt, dass es auch mit Bring-your-on-Device eigentlich ein sehr attraktiver Weg ist, weil er auch pädagogisch einfach viele Potenziale hat. Also insofern, glaube ich, wären das gute Ansatzpunkte, um hier weiterzukommen. Danke schön, Frau Abloff. Ja, gerne. Ich möchte ganz kurz in Ergänzung noch zu den Ausführungen von Herrn Faupel sagen, das, was deutlich geworden ist, ich dachte eigentlich bei mir auch und ich hoffe auch bei Ihnen, dass es, wenn es um die Kompetenzen geht, nie um ein Entweder-oder geht, um ein Entweder-sich-auf-das-Anwenden-konzentrieren-oder-reflektieren-analysieren, sondern dass der eigentliche Anspruch ist, beides miteinander so zu verknüpfen, dass am Ende dann eine wirklich auf das eigene Nutzungsverhalten hin reflektierende Einstellung zu Medien entsteht. Und ich glaube, darum geht es. Und das war ein bisschen mein Plädoyer eben, dass das eine, das Anwenden etc., das Pflichtprogramm ist es klar und manchmal rutscht die Analyse, die Reflexion ins Kürprogramm. Und das war eigentlich mein Anliegen, eben die Reflexion und Analyse so fest mit ins Gesamtportfolio von Kompetenzen einzubinden und die Sorge, dass das bisher nicht so der Fall ist. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist nochmal zu der Frage der Qualitätssicherung bei freien Lernmitteln. Also ich denke schon, es wird immer ein Risiko bleiben, ein Risiko auf Qualitätsverlust, wenn Veränderung da ist, ja, aus meiner Perspektive auch ein Risiko womöglich und mit Blick auf die Frage der von der Implementierung kommerzieller Interessen in Lernmaterialien auch klar. Aber ich glaube, dass diese Überlegung zu sagen, man stellt die Bewertung den Nutzern, den Lehrern Bewertungssysteme zur Verfügung, wo sie dann auch kommunizieren können, wie sie was verändert haben und verlässt sich ein bisschen darauf, dass dann durch Kommentierung gegebenenfalls so was wie Steuerung da ist, würde das ermöglichen. Aber aus meiner Perspektive nur so lange und so weit, wie diese freie Lernmaterialien ein Element von Lernmaterialien sind und nicht die einzigen. Das heißt, freie Lernmaterialien darf nicht heißen, Verzicht auf professionelle, abgesicherte Materialien. Es muss dem Lehrer die Alternative geboten werden, aber nicht nur das eine. Dann wäre mir die Sorge um die Qualität größer als jetzt, wo es im Prinzip so ist, dass Lehrer auswählen können aus dem Gesamtportfolio von freien Materialien und professionellen Materialien von Schulbuchverlagen und anderen Institutionen. Und wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen dürfte, da ich das mit sicherlich mit Blick auf die Schule sicherlich das eher am weitestentfernste Vertreterin einer Institution bin, würde ich aber vielleicht auch die allgemeinste Formulierung nennen dürfen. Ich glaube, dass wir das noch nicht ausreichend genug als Gemeinschaftsaufgabe wahrnehmen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nicht nur beim Land liegt, sondern beim Land, bei den Kommunen, bei der Einbindung der Hochschulen, die Lehrer qualifizieren sollen oder aber die durch wissenschaftliche Begleitung von Lehre, wie Herr Keres und Herr Hain es tun, Anregungen geben können für Weiterentwicklung, für Korrekturprozesse. Es müssen die Elternverbände mitgenommen werden, weil das werden vielleicht die Lehrer viel besser beurteilen können als ich. Aber wenn sie gerade beispielsweise im Grundschulbereich Widerstände von Eltern haben, dann werden sie sich nicht richtig bewegen können, egal was sie wollen. Ich persönlich und von Institutionen wie die Volkshochschulen oder die Landesanstalt für Medien, ich glaube, dass dieses Paket nur zu stemmen ist, wenn man stärker gemeinschaftlich denkt, stärker gemeinsam Verantwortung übernimmt und Verantwortung transparent macht. Danke. Dankeschön. Herr Oppenheuser. Ja, Frau Bär, Sie hatten gefragt nach der individuellen Förderung und wie die Fragestellung der Schule diesbezüglich aussieht. Das ist eine sehr einfache Antwort. Gar nicht. Und das kann ich auch begründen. Die Schule fragt sich nicht, wie sie Medien, digitale Medien zur individuellen Förderung einsetzen kann, wenn sie nicht die Infrastruktur hat. Das heißt, es geht um ganz grundlegende Infrastrukturfragen in der Regel bei der Schule. Und so könnte ich jetzt auch eine Ausnahme zu diesem gar nicht machen. Jetzt ganz aktuell hat mich eine Schule angesprochen, aber auch nur, weil sie vom Schulträger darauf hingewiesen wurde, dass die Schule ein Konzept braucht zum Einsatz von Materialien. Dort wurde eine internationale Förderklasse eingerichtet oder der Schule aufgedrückt, sage ich mal so. Und die beginnt plötzlich und die sollen mit denen arbeiten. Und die haben sich informiert bei anderen Schulen, haben jetzt eine Software mit einer gesamten Lernumgebung, aber nicht die Infrastruktur ist anzuwenden. Und dann sagt der Schulträger, ja, so einfach kriegen sie die Geräte auch gar nicht. Da brauchen sie ein Konzept für. Und dafür kann dann der Medienberater, oder das ist die Aufgabe des Medienberaters, dort hinzugehen. Dort habe ich grob den Medienpass auch mit seiner Wirkungsstruktur vorgestellt. Und das hat so ein bisschen der Schule die Augen geöffnet, wie man vorgehen kann. Es blieb aber die ganze Zeit dieser Frust, ach ja, das haben wir doch alles schon mal gemacht und es wirkt immer noch nicht. Zu Ihrer Frage, Herr Kaiser, als absolut Notwendigstes sehe ich eine Kommunikationsstrategie. Und zwar, wie kommen Informationen von Dingen, die landesweit passieren, zu den Schulen? Schulen in den Beratungssituationen sagen ganz oft, ach so, und das gibt es auch. Ach, und da können wir auch was machen. Und was kostet das denn? Ja, das kostet gar nichts. Ach so. Ja. Und dann fangen die langsam an zu überlegen. Wie oft man dann Schulen beraten kann, habe ich Ihnen eben auch mit der Stundenbereitstellung für diesen Bereich genannt. Und bei den Kommunikationsstrategien sehe ich weiterhin, ich hatte es vorhin auch einmal erwähnt, Bezirksregierungen tauchen hier nicht auf, aber Bezirksregierungen organisieren die Lehrerfortbildung. Und ich melde mal so zurück, aus dem, was ich so mitbekomme, wissen wir nichts von. Das ist sehr überspitzt. Das ist sehr überspitzt, aber es ist so eine etwas patzige, beleidigte Rückmeldung, sage ich mal. Von daher sehe ich es als etwas ganz Wichtiges an, dass im gesamten Prozess vom Land über Bezirksregierungen, Kommunen und allen Beteiligten da, ähnlich wie alle im Vorredner das sehen, Gespräche stattfinden und miteinander vor allen Dingen. Unterstützen möchte ich noch ganz kurz das, was Herr Keres gesagt hat. Er fragt nach der Begleitungsstruktur und wie Lehrerfortbildung wirken kann. Das ist zum einen, was ich vorhin auch genannt hatte, dass fachliche Moderation in Kooperation mit Medienberatern tätig werden kann, um gemeinsam zu gucken, wie können digitale Medien fachlich eingesetzt werden und die Begleitung kann halt wieder durch Medienzentren, wenn sie vorhanden sind, stattfinden oder aber auch Medienberater. Danke. Frau Dr. Marienfeld, Herr Dr. Marienfeld. Danke. Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Situation an Schulen ganz unterschiedlich ist, Schulen im ländlichen Raum, die keinen Breitbandzugang haben, die kein Internet nutzen können, die können es nicht nutzen, die können nicht reflektieren. Da ist ganz klar, was als erstes passieren muss. Ansonsten, auch das wurde mehrfach gesagt, das ist ein Entwicklungsprozess. Ich muss Schulen Räume schaffen, ich muss Kolleginnen Räume schaffen, dass sie miteinander entwickeln können, dass sie für die Schule sehen können, was brauchen wir als Schule. Und dann müssen wir entsprechend Unterstützung bekommen. Es gibt keine Pauschallösung für Alllösung, aber was man braucht, ist Zeit und Raum und Gelder, die die einzelnen Schulen haben, begleitet, sinnvoll, eingesetzt, in Kooperation möglich, mit Eltern, damit man gemeinsam dann vorangehen kann. Das ist es. Danke, Herr Marienfeld. Herr Dr. Reichert. An mich war vor allem die Frage von Frau Pieper adressiert. Die Frage war recht kurz. Ich befürchte, die Antwort ist es dann nicht. Was kann die Politik tun, wenn es um die Einführung von freien Lehr- und Lernmaterialien geht, am Ende freien Lehr-, Lern- und Forschungsressourcen, wenn man diesen ganzen Themenkomplex nimmt? Ich habe in meiner Stellungnahme eine Studie verlinkt, die das, glaube ich, sehr hinreichend darstellt. Leonard Dobusch hat dazu für die Technologiestiftung Berlin Benchmarks und Potenziale auch zur Einführung von OER Stellung genommen. Und, glaube ich, dort sind wichtige Aspekte benannt, die ich wiederholen kann und auch aus unserer Praxis vielleicht ein Stück weit priorisieren möchte. Es ist in Deutschland noch etwas ein anderes Verhältnis, als es in Erfolgsländern wie in Niederlanden beispielsweise ist, wo mit WikiWeiss schon eine Plattform existiert. Sie sprachen, also korrigieren Sie mich, Sie werden es besser wissen, mit über eine Million Objekten, die dort auffindbar sind, von freien Lehrern, Lernmaterialien beispielsweise. Dort wird das aber sehr zentral gesteuert. Das ist in Deutschland nicht der Fall, also die zentrale Steuerung. Hier haben wir eher noch eine andere Bewegung, die man durchaus als Graswurzelbewegung bezeichnen kann. Also klar, die Lehrerinnen und Lehrer machen das schon immer. Die entwickeln freie Lehr- und Lernmaterialien. Die remixen das Material, verwenden das für ihre Schulen, für ihre Klassen. Das gilt es eigentlich sichtbar zu machen und zu fördern. Und so heißt es auch in dem Aktionsplan, der quasi vorgeschlagen wird innerhalb dieser Studie, dass das Graswurzel-Düngen an erster Stelle stehen muss. Klar, Punkt eins, ein klares Signal der jeweiligen Landesregierungen, OER-Einsatz ist erwünscht. Das ist natürlich notwendig. An zweiter Stelle ein Wettbewerb um die Erstellung von Bildungsmaterialien. Das lagern dann auf den entsprechenden Bildungssurfern. Hier kann man auch Infrastrukturen nutzen. Natürlich OER als Fortbildungsthema in der Lehrerbildung. Klingt jetzt sehr allgemein, ist natürlich aber elementar, wenn man daran bedenkt, es sind zunächst einmal die Hemmschuhe, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer zu kämpfen haben, fragen, kann ich das Buch verwenden für den Unterricht, wie oft kann ich das kopieren, kann ich eventuell das Bild ausschneiden und für mein Arbeitsblatt verwenden. Das sind einfach die Gegebenheiten, mit denen zu kämpfen wären, die auf Grundlage der digitalen Veränderungen an Fragestellungen zu beantworten sind in solchen Fortbildungen. Darüber hinausgehend, und das wurde auch schon angesprochen von Herrn Spang, sind es natürlich auch ganz andere Arbeitstechniken, die das Erstellen von freien Lehr- und Lernmaterialien erfordert. Die kollaborativen Arbeitsstrukturen, die dahinter stehen, verändern auch eine andere Praxis oder machen eine andere Praxis notwendig. Insofern ist dem Thema von unserer Seite aus auch stark zuzustimmen. Schon, und da kann ich vielleicht auf das Thema Qualität kommen, die Wikipedia als Beispiel dafür, 2004 eingeführt, 2005 haben die ersten Studien gezeigt, dass die Inhalte, die Qualität der Inhalte nicht hinter der Enzyklopädie Britannica zurücksteht, beispielsweise. Jetzt, zehn Jahre später, gibt es die Frage nicht mehr. Ich möchte damit nicht sagen, dass quasi das Vorgehen zu erstellen einer Enzyklopädie dasselbe Vorgehen wäre, was zur Erstellung von freien Lehr- und Lernmaterialien führen muss. Aber eins ist deutlich geworden, dass die Frage nach der Qualität sich nicht mehr stellt. Denn dezentrale Strukturen, die in einem kollaborativen Prozess erstellt wurden, ermöglichen durchaus das Erstellen eines qualitativ hochwertigen Produktes. Und insofern wäre da dieses Graswurzel-Düngen, in dem man die kollaborativen und die ja auch von unten partizipativen Elemente fördert, an erster Stelle zu nennen. Die zweite Ebene, die in der Studie benannt wird und die ich auch unterstreichen möchte, sind drei. Ich möchte nur auf die zwei eingehen. Das OER-Mainstreaming, klar, auch aus der Gleichstellungspolitik entlehnt. Denke ich, sind auch hier viele Instrumente recht interessant, die auch im gleichstellungspolitischen Bereich eine Rolle gespielt haben. Es gibt Gender-Mainstreaming, es gibt Gender-Budgeting, es gibt die Gender-Analyse, es gibt von anderen, die, also auch viele Punkte, die hier eine Rolle spielen, die angegangen werden müssen. Analyse ist wichtig, brauchen wir, gibt es aber schon einiges. Wir wissen, was gut ist, was schlecht ist und wie es eingeführt werden kann. Es geht jetzt eigentlich darum, konkrete Pilotprojekte durchzuführen, wie man lehrplankonforme OER quasi entwickeln kann. Da ist noch der große Gap, da berufen sich auch viele Verlage darauf, dass sie das momentan tun. Da braucht es gute Beispiele auch in Deutschland, lehrplankonformität von Lernmitteln. Als erster Punkt das Zweite, und da werden in diesem Katalog die Ministerien aufgefordert, einen Kriterienkatalog für die OER-Lernmittel festzulegen. Das kann man gemeinsam tun, das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Und, noch viel wichtiger, Konzepte zu prüfen, wie die Zertifizierung aussehen kann und soll. Da gibt es auch unterschiedliche Beispiele, und man kann auch aus der guten Praxis, die bisher existiert, lernen und die weiterentwickeln. Und es werden Boni für die OER-Nutzung angesprochen. Das Ganze würde ich, aber das sage ich natürlich aus der Sichtweise einer NGO, die sich natürlich für freies Wissen einsetzt, natürlich noch durch Förderprogramme und Koordinationsstellen ergänzen, die notwendig sind, um viele Akteure von den Volkshochschulen über die außerschulische Bildung bis hin zur politischen Bildung in so einen Prozess zu involvieren. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Johansson. Ich möchte antworten auf die Frage, über den Versuch machen, über die Verbindlichkeit, wie das in den Kommunen gewährleistet werden kann. Wir haben seit fünf Jahren eine Entwicklungswerkstatt der kommunalen Medienzentren aufgelegt, die einmal im Jahr im kleinen Kreis tagt und sozusagen ein kleiner Think Tank der noch vorhandenen kommunalen Medienzentren oder der Vertreter, und da sind auch schon hier und da kommunale Bildungsnetzwerke dann mit vertreten. Es verändert sich ja, wie gesagt, viel in den Kommunen und Zuständigkeiten. Und dieses Papier ist auch verlinkt mit der Stellungnahme. Das heißt, Medienbildung ist gemeinsame Zukunftsaufgabe zur Weiterentwicklung der kommunalstaatlichen Unterstützungssysteme in NRW. Als Link zu finden und als PDF downloadbar und dort auch abgesegnet von den kommunalen Spitzenverbänden in Zusammenarbeit mit der Medienberatung entwickelt, ist eigentlich noch einmal schön aufgeführt, was brauchen die Kommunen vor Ort? Sie brauchen Beratung, was Herr Oppenheuser sehr schön sagte, wenn er in eine Schule geht. Fortbildung ist das eine, die kann man zentral organisieren. Aber bedarfsorientierte Beratung vor Ort braucht Zeit. Und das kann ich mit sechs Stunden oder auch einer halben Lehrerstelle bei 80 oder 180 Schulen, während es hier in Düsseldorf, wir haben auch nur eine halbe Medienberaterstelle für die ganzen Düsseldorfer Schulen hier schlecht gewährleisten. Also wenn ich die Aufgabe ernst nehme, auf Landesebene müssen die jetzt schon dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Stunden von freigestellten Lehrerstunden praktisch auch entsprechend höher gesetzt werden und die Stärkung der kommunalen Medienzentren, die tatsächlich noch im Kreis und in den Kommunen vorhanden sind, um eine pädagogische Aufwertung. Also man muss wirklich gucken, wer dort vor Ort in den Kreisen und Kommunen beratend tätig sein kann. Und dann bin ich nochmal beim kommunalen Mapping. Warum sollen wir nicht gemeinsam und da ist der Landschaftsverband mit den rheinischen Kommunen, aber auch unsere Schwesterorganisation, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten. Ich konnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht gemeinsam eine kommunale Landkarte erstellen, die auch Ihnen im Land die Übersicht erleichtert, mit wem Sie dann in Ihrem Landesprogramm vor Ort zusammenarbeiten können. Die wird hier und da ein bisschen unterschiedlich aussehen. Die kann man ja auch ins Netz stellen sozusagen und dann verfügbar machen, aber eher so auf der Organisationsebene. Also welche Aufgaben hat das Schulamt dabei, der Schulträger in diesen Schritten, die Sie jetzt gehen, also beim Ausbau von Logineo oder Medienpass usw., da machen wir uns jetzt schon auf den Weg, aber da könnten wir gut auch die Landesunterstützung noch gebrauchen. Weil was wir jetzt merken, es gibt einen großen Unterschied, wenn sich die Medienzentren aus den Landkreisen mit den Medienzentren aus den urbanen Ballungsgebieten treffen, dann sind das zwei verschiedene Welten und das kennen Sie als Politikerinnen und Politiker auch sehr gut. Die Handlungsfelder sind sehr unterschiedlich und da müssen wir sehr genau hingucken, was Schule betrifft, ist der Landkreis und die Kommune sehr unterschiedlich aufgestellt und da sprechen wir manchmal verschiedene Sprachen und es ist ganz interessant zu sehen und das würde ich in diese Landkarte mit reinheben wollen. Es gibt inzwischen in den Fraktionen auch Handlungspapiere, also zum Beispiel in bestimmten Kreistagen werden dann zu Anhörungen, wie hier auch gemacht, zu der gleichen Thematik fast, dass man das besser abstimmt, nochmal guckt, welche Partei macht da was und das vielleicht ein bisschen mehr zusammenzubringen, jetzt auch im Rahmen der Inklusion und welche Rolle da Medien spielen können. Das ist ganz spannend, was da passiert. Die sind alle öffentlich einsehbar, auch wie im Landtag auch und vielleicht müssten wir dann Initiative nochmal bringen, was im Kreistag, was in den städtischen Parlamenten passiert und dann ihre Landesinitiative da mit zusammenbringen. Dann hätte ich noch die Nachfrage, waren noch von Frau Hendricks, die Fragen der Herausforderungen jetzt vor Ort, die habe ich schon ein bisschen benannt. Also ganz wichtig ist Stärkung der Ressourcen, die schon da sind, also nicht nochmal neu was auflegen, sondern gucken, was kann Medienzentrum tun, was kann das regionale Bildungsbüro tun, auch ansprechen und sagen, was kann dann Aufgaben übernommen werden, wenn IT-Ausstattung gefragt ist, da die Kommunen ja immer mit ihren Ressourcen so knapp sind, aber die ganze Ausstattung hier organisieren müssen. Und das ist ja schön, wenn Schule sagt, wir machen das für uns mit dem Förderverein. Dann sagt aber ganz schnell das Schulamt, na stopp mal, wir müssen schon nochmal gucken, was haben wir als Medienentwicklungsplanung hier in der Stadt Düsseldorf oder in Dortmund oder im Landkreis Wesel denn eigentlich in fünf Jahren vor? Und was wollen wir da anschaffen? Wie wollen wir das warten? Welche Folgetechnik, Folgekosten kommen da auf uns zu? Und das ist schon eine sehr, also sollte man schon nicht den Schulen alleine, auch wenn selbstständige Schule ganz wichtig ist, in der Frage der Ausstattung doch gemeinsam vorzugehen und sich das genau anzugucken, weil die Kosten schon enorm sind, wenn da jeder seinen eigenen Weg geht. Das haben wir jedenfalls vor Ort gelernt. Und ein Weg, den wir merken, der sehr wichtig ist. Wir haben den Medienpass für Schülerinnen und Schüler eingeführt und die Lehrer machen auch, wenn sie begeistert sind, mit. Und wir versuchen ja auch alles gemeinsam zu motivieren. Nur, wir brauchen eigentlich auch ein bisschen den Medienpass für die Lehrerinnen und Lehrer und auch für die Schulämter und für die Schulträger, weil das, was wir dort von den Schülern abfordern, müssen die jetzt auch erstmal noch ein bisschen mitlernen. Und das ist nicht nur Learning by Doing, das machen wir jetzt in der staatlichen Lehrerfortbildung. Aber wenn wir die Bildungsnetzwerke mit an Bord nehmen, müssen wir die natürlich auch mal fragen, wisst ihr eigentlich, wovon wir hier reden und denen auch die Möglichkeit geben, sich dort fortzubilden. Und das Material für die Fortbildung ist da. Wir müssen nur die richtigen Leute in der richtigen Weise einladen, ansprechen und fit machen. Und da ist es ganz wichtig, dass man Lehrer vor Ort, wenigstens einen oder zwei, diese sind nicht immer die Informatikerinnen. Das hat sich alles sehr gewandelt. Wir müssen Ansprechpartner haben, die den sogenannten First Level Support in Schule wirklich zuverlässig leisten können. Also nicht bei jeder WLAN-Verbindung, die unterbrochen ist, gleich bei dem Schulträger anrufen, der hat ja auch nur wenige Leute zur Wartung der Technik, sondern Leute, also Lehrerinnen und Lehrer, die auch mit entsprechenden freigestellten Stunden in der Lage sind, die Sprache des Schulausstatters, des Schulamtes, der Techniker zu verstehen und zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Kommunikation. Welche Kanäle, also wie kommuniziert der IT-Ausstatter das Rechenzentrum, das Schulamt und die Schulaufsicht? In welcher Sprache sprechen die miteinander? Und da kann ein Medienzentrum durchaus manchmal Übersetzungsarbeit leisten und solche Prozesse moderieren. Also ich mache das ab und zu hier in Düsseldorf. Das macht auch viel Spaß. Aber das sollten wir nicht vergessen. Sonst bleibt das alles nebeneinander. Wir müssen über Strategien des Miteinanders und des Verstehens. Wir bringen nicht alle die gleichen Kompetenzen mit, auch die handelnden Personen. Und darum wiederhole ich nochmal, was, der Herr Kaiser ist jetzt weg, ich sage es jetzt trotzdem in die Richtung, was so praktisch für das Land erste Priorität finde ich, diese Kommunikation sicherzustellen durch ein Mapping, durch eine gemeinsame Landkarte der Ansprechpartner vor Ort, der Einrichtungen vor Ort, die Sie in Ihren Landesvorhaben, wenn Sie etwas planen, mitnehmen wollen kommunal. Dass jeder weiß, das sind die Strukturen vor Ort, die uns dabei unterstützen und das benennen und sichtbar machen. Das fände ich sehr wichtig. Danke schön, Frau Johansson. Frau Kausch. Ja, Frau Johansson, Sie haben ja gerade die perfekte Vorlage gegeben. Auch ich wollte antworten auf die Bitte oder die Frage von Herrn Kaiser bezüglich der Prioritäten, was, wann, wie am besten von der Landesregierung umzusetzen sei. Insofern möchte ich direkt Bezug nehmen zu dem, was Sie eben sagten, Informationskultur. Das heißt tatsächlich zu informieren, die Lehrer zu informieren, die Schüler unter, nicht die Schüler, die Schulen untereinander zu informieren, was gibt es für Initiativen, was gibt es schon für Möglichkeiten. Denn nur wenn ich das weiß, kann ich es eben entsprechend auch nutzen. Weiterhin möchte ich nochmal auf meine vorhin schon genannten drei wesentlichen Aspekte hinweisen. Das ist so ein bisschen sonst wie die Frage Huhn oder Ei. Was muss zuerst da sein? Das heißt, wesentlich ist die Infrastruktur in den Schulen. Wie man dies umsetzen kann, haben wir jetzt, glaube ich, schon hinreichend erklärt über Bring-on-Device-Modelle, über Hybridlösungen, dass natürlich auch Schülerinnen und Schüler bedacht werden, die keine eigenen hochwertigen Geräte zur Verfügung haben. Zweiter Punkt, die strukturelle Verankerung ist ganz, ganz wichtig. Und dritter Punkt, die Medienbildung der Lehrer, wie ich schon sagte, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung, beide Aspekte müssen mit bedacht werden. Denn wie gesagt, wenn ich nur an einer Ecke was ändere, dann wird sich im Großen und Ganzen nichts verändern. Beispielhaft sei hier vielleicht genannt, große Ausstattungskampagnen oder Initiativen bezüglich interaktiver Whiteboards. Ich möchte an dieser Stelle nicht über die Sinnhaftigkeit dieser Boards mit Ihnen diskutieren. Aber was sich deutlich gezeigt hat, ist, dass Schulen im großen Stil ausgestattet wurden. Da wurde der Slogan gebracht, wir sind jetzt kreidefrei. Ich habe das immer fast wie so eine, wir sind jetzt pestfrei vernommen. Also beinahe so, juhu, wir haben die und die Krankheit überwunden. Sicherlich ist das ein großer Fortschritt. Aber das kann nur funktionieren, wenn ich auch Inhalte habe, mit denen ich dann eben solche Technologien bespielen kann, wenn ich weiß, wofür und womit ich jetzt im Prinzip arbeiten kann. Und wenn, entscheidender Punkt, Lehrkräfte auch geschult sind und souverän damit im Prinzip umgehen können. Das ist ganz, ganz elementar. Sonst brauche ich an einer Stelle nicht anfangen, weil dann fehlt was in diesem Dreiklang, möchte ich sagen. Unterstützen möchte ich auch nochmal, was Frau Appelhoff und Herr Oppenheuser gesagt haben, dass tatsächlich eine Kultur des gemeinsamen Aktivwerdens gefragt ist. Es kann nicht die Frage sein, ist es jetzt die Frage der Schulträger, ist es die Frage der Schulen selbst, wo liegt da der Fehler? Es ist kein Fehler in dem Sinne. Es ist ein Prozess, der sich entwickelt und in dem es auch schwer nur ein richtig oder ein falsch gibt. Es muss tatsächlich gelebt werden und nur so kann Neues und auch Innovation tatsächlich vorangebracht werden. In dem Sinne möchte ich nochmal das Plädoyer damit enden lassen, dass Offenheit Neues zu wagen, das Wichtigste ist und tatsächlich alle Beteiligten damit an einem Strang ziehen müssen. Dankeschön. Danke, Frau Kausch. Herr Racher. Ja, als Antwort auf das, was Herr Kaiser gefragt hat, ich glaube, man braucht primär eine technische Infrastruktur an der Schule und die ist recht teuer, zumindest nicht billig und ich glaube auch nicht, dass man etwas auf Lernplattformen oder ähnliche Plattformen auslagern kann. Ich brauche, um eine vernünftige Interaktion im Unterricht hinzukriegen, eine Vernetzung der Geräte. Da spricht vieles auch dafür, dass in einer Jahrgangsstufe gleiche Geräte benutzt werden. Das würde zumindest das Leben deutlich vereinfachen und dann kommen wir gleich zur Antwort auf die Frage von Frau Bär. Das sind Geräte in Schülerhand, die in Schule benutzt werden und die müssen vom Tisch fallen können, ohne sofort kaputt zu gehen und dann sind wir bei professionellen Geräten und die sind nicht unter 700 Euro zu haben. Wir gehen davon aus, dass die Kosten, auch diesen vier Jahren, weil nicht alle Monate bezahlt werden müssen, bei 1200 Euro oder etwas darüber liegen, 700 für das Gerät und 500 Euro für Service, Garantie, Verlängerung, Versicherung, einen zweiten Akku braucht man und dann für Lernsoftware. Es macht wenig Sinn, dort einen Laptop stehen zu haben mit der Grundausstattung, wie Microsoft sie liefert. Ich brauche Lernsoftware für Mathematik, ich brauche Lernsoftware für die Sprachen, nur dann macht das Sinn. Das ist keine Selbstnutzung, weil das jetzt gerade erfunden wurde. Für uns ist das ein Tool, ein Werkzeug. Ein Werkzeug, was dort eingesetzt wird, wo es mehr kann als ein Buch. Ansonsten arbeiten wir mit Büchern. Wir sind in der glücklichen Lage, eine Bibliothek zu haben mit 15.000, nein, eigentlich 16.000, Herr Küssler, wie nennen wir das immer? Medien-Einheiten. Medien-Einheiten, ja, das ist so ein neues Wort. Davon sind 15.000 Bücher. Das kenne ich, glaube ich, jeder noch als Wort. Und das wird genauso benutzt und da gehen Schüler in die Bibliothek und haben Laptop unter dem Arm, benutzen den Laptop, um auch mit einem Buch parallel arbeiten zu können. Und wenn ich das alles vernetze und den Laptop in den Fächern nutze, wo er optimal ist und in anderen Fächern ihn in der Tasche lasse, dann ist das ein Instrumentarium. Wie gesagt, ich muss alle mitnehmen und wir arbeiten auf der Basis der Elternsolidarität. In den 30 Euro ist der sogenannte Soli drin und das läuft ganz unbürokratisch. Wir haben einen Schulfahrer, dort wird Hilfe beantragt und die Erkenntnisse bleiben dort und bei der Sekretärin, die abrechnet, ist es also alles diskret. Und somit kann die Schulgemeinschaft alle Kinder in diesen Jahrgangsstufen in vernünftiger Weise in das technische Zeitalter mitnehmen und da wir auch medienkritisch umgehen, ihnen auch möglichst viel Unterstützung dort geben. Dankeschön. Herr Kühn-Lenz. Eine kleine Fußnote nochmals zum Thema Open Educational Resources. Ich denke, das ist zu beobachten sowohl im NGO-Bereich als auch in der offiziellen Politik, findet hier doch weiterhin eine sehr starke Reduktion ausschließlich auf den Schulbereich statt. Und ich denke, diese Thematik müsste sehr stark eingeordnet werden, müsste mitreflektieren, Konzepte des lebenslangen Lernens. Und daher hielte ich eine Diskussion, eine Reflexion der entsprechenden Institutionen und Gremien, welche Impulse Bildungspolitik hier auch in andere Bildungssektoren, die berufliche Bildung, die Erwachsenen- und Weiterbildung setzen kann, für sehr relevant. Danke. Herr Spann. Ja, ich habe jetzt aufmerksam zugehört und eine ganz wichtige Sache, die vielleicht auch uns als Lehrer dann doch immer wieder vorantreibt, ist das Curriculum und natürlich auch dann das, was hinten rauskommt, die Prüfungsordnung. Und da sehe ich in der Tat noch einen ganz wichtigen Handlungs- und Gesprächsbedarf. Das ist mir jetzt auch wirklich zu kurz gekommen. Denn, einfach mal auf den Punkt gebracht, wenn ich jetzt im Unterricht mit digitalen Geräten arbeite, wie ich es nun schon sehr lange tue, und dann wirklich versuche, eine Lernkultur nach vorne zu bringen, wo eben die Lernenden selber machen, sich zusammenraufen, auch eher frei arbeiten, im Netz nachgucken können, ein Video produzieren, einen anderen Text, einen anderen E-Book, dann muss ich mich trotzdem immer wieder fragen, wie passt das zum Curriculum, wie bringe ich das in eine Prüfungssituation? Ich bin am Gymnasium, da steht eine ganz große Prüfungssituation am Ende, das Abitur. Und wenn ich mir das dann angucke, dann passt es unter Umständen erst mal auf den ersten Blick gar nicht zusammen. Dass es geht, erfahre ich nun schon seit vielen Jahren, aber es ist eine sehr schwierige Sache. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da dringend eben die digitalen Medien in den Blick genommen werden und das Curriculum umgestaltet wird und auch die Prüfungsordnung umgestaltet wird. In meinem Fach Musik kann ich sowas zum Beispiel im mündlichen Abitur sehr gut machen und die Schüler dann wirklich was tun lassen und auch mit digitalen Medien, Instrumenten. Das passt aber nicht in allen Fächern. Ich glaube, da müssen wir hin. Stichwort Maker Movement ist auch so ein Schlagwort. Und da setzt eben alles an. Die Bildungsmedien, die sich natürlich ans Curriculum anknüpfen und dann eben auch noch mit den angebotenen Methoden und Settings an diesem festhalten. Und dann eben auch auf der anderen Seite die OER, die eben gerade es ermöglichen, eine solche Lernkultur, wandelnde Lernkultur nach vorne zu bringen, die Zusammenarbeit zu fördern. Können sich da nicht richtig platzieren, weil sie dann vielleicht doch wieder irgendwo in Konflikt mit einer Prüfungsordnung, einem Curriculum kommen. Ja, das sind so meine Gedanken. Und dann kommt noch ein Hinweis, den ich vorhin vergessen hatte. Sehr gern möchte ich hinweisen auf eine Veranstaltung an unserer Schule zum Thema Lernen in der Digitalen Gesellschaft am 24. Oktober, Stichwort Lernlab, wo man sich auch mal ein bisschen informieren kann, wenn Interesse besteht, wie so etwas konkret an der Schule läuft. Vielen Dank. Ja, das letzte war der kleine Werbeblock. Aber der ist ja noch im Protokoll nachweisbar. Da kommen wir dann gleich noch zu. Frau Witt. Ja, ich habe Antworten auf drei Fragen. Die erste bezieht sich auf die Frage von Herrn Kaiser. Wie sieht es aus mit einer Prioritätenliste? Welche Maßnahme zuerst? Da kann ich mich jetzt auch nur beziehen auf hier meine Kolleginnen und Kollegen. Wichtig finde ich, und da danke ich jetzt auch Herrn Kühnlenz nochmal für seinen Beitrag, ein bildungsbereichsübergreifendes Denken hier zu haben bei diesem Thema. Das ist nicht nur ein Thema für Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer, sondern für alle Bürger und auch für die Schüler und Schülerinnen, für die Elternbildung zum Beispiel. Da wünsche ich mir also, dass es da vielleicht mit diesem Schritt weitergeht, es erst mal bildungsbereichsübergreifend oder übergreifender wahrzunehmen und voranzubringen. Aber auch das Sichtbarmachen der Unterstützungsstrukturen, die es schon gibt, fand ich jetzt auch von Frau Johannsen einen sehr guten ersten Schritt. Das Zweite bezog sich auf das Förderinstrument OER und da wurde Bezug genommen auf unsere Stellungnahme, wo wir empfohlen haben, die Öffnung von vorhandenen Lerninhalten unter freien und offenen Lizenzen und die Förderung des Einsatzes an Volkshochschulen sollte forciert werden. Da möchte ich auch Bezug nehmen auf Herrn Dr. Weichert. Ein bisschen in diese Richtung möchte ich also auch gehen. Wir wünschen uns da eine Plattform, aber da auch ein Kriterienkatalog, welche Formate aufgenommen werden. Es gibt eben auch Standards in der Weiterbildung, in der Erwachsenenbildung, die hier beachtet werden sollen. Die dritte Frage bezog sich darauf, ob wir als Volkshochschulen auch Angebote für Lehrer haben. Das bezog sich auch auf eine Aussage von Herrn Faupel. Und da möchte ich also einmal auch die Bildungspartnerschaft Schule und Volkshochschule betonen und auch die engen Gespräche mit der Medienberatung, wo Konzepte durchdacht werden und konzipiert werden für Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung. Also die Volkshochschulen sind dabei, sind stark interessiert an der Thematik und arbeiten hier mit verschiedenen Kooperationspartnern da dran. Dankeschön. Danke, Frau Witz. Einstieg in die zweite Fragerunde, Frau Pieper. Vielen Dank. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich hätte einmal gern gewusst von Professor Keres, Sie sprechen von Bring your own device und favorisieren das auch. Meine Erfahrung ist mehr, dass das die Lehrer noch mehr verunsichert, wenn sie mit mehreren verschiedenen Geräten umgehen müssen. Also meine Kollegen aus der Praxis, die haben, wenn sie sich auf ein Gerät einstellen können und genau wissen, wie das läuft, ich glaube, dann ist die Schwelle, sich darauf einzulassen, wesentlich geringer, wie wenn 10, 20 verschiedene Geräte da im Unterricht im Umlauf bringen. Hätte ich gerne noch mal was zu gewusst. Außerdem auch noch mal die Frage, welchen Entwicklungsbedarf ganz konkret Sie in der Lehrerausbildung sehen. Und ja, das war das eine. Frau Professor Faber, Sie sprachen davon, von einer Gesamtstrategie, was die Kommunen und das Land betrifft, dass man da zusammenschauen muss, wie man da vorankommt. Frau Witt hat in ihrer Stellungnahme sich ähnlich geäußert und hat den Vorschlag gemacht, einen Beirat zu bilden. Und ich hätte gerne gewusst, ob Sie das als einen gangbaren Weg sehen, um an dieser Stelle nach vorne zu kommen. An die Vertreter der Schulen habe ich noch eine letzte Frage. Wir sprechen immer darüber, was muss passieren, wo geht es hin. Ich hätte gerne gewusst, ob es im Moment Regelungen geben auf Landesebene, die im Grunde verhindern, dass es vorangeht. Was ist da, wo man vielleicht Dinge erleichtern kann, um im Unterricht besser arbeiten zu können? Danke. Danke schön, Frau Pieper. Ich habe jetzt keine weitere Wortmeldung von den Abgeordneten. Dann, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, ist als erstes Herr Professor Keras angesprochen worden. Habe ich vergessen, den Punkt Lehrerbildung. Danke für die Erinnerung. Die Antwort muss auf zwei Ebenen stattfinden. Wenn Sie in die Curricula schauen, in den Hochschulen, auch in den neugestalteten Curricula, jetzt mit dem Bachelor-Master-System in der Lehrerbildung, ist das in der Tat sehr ernüchternd in Nordrhein-Westfalen. Sie werden feststellen, dass in dem Wettbewerb der Themen, die ja in der Entwicklung der Curricula entstehen, dass da die Medienbildung eben halt oftmals hinten unterfällt. Da sind dann natürlich Themen wie Inklusion, Interkulturalität, Individualisierung und so weiter natürlich heute auch sehr wichtige Themen und die finden vielfach Einfluss heute in die neu überarbeiteten Curricula, andere nicht. Ich könnte Ihnen also ganze Universitäten zeigen, in denen Lehrerbildung praktisch ohne überhaupt das Thema einmal dort explizit zu finden nennen. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir aber auch, wenn wir jetzt mit den Kollegen darüber sprechen, vorsichtig sein müssen. Das Thema ist natürlich, die Medienthematik ist natürlich auch etwas, was in den Fächern einfach stattfindet. Also sprich, der Mathematikdidaktiker wird natürlich auch über Computer im Mathematikunterricht reden. Insofern ist unsicher, wirklich, wie der Status da zu bewerten ist. Wollen wir wirklich zwingend ein Modul Medienbildung haben oder ist es nicht auch wichtig, dass dies eben halt in den Fächern angemessen diskutiert wird? Das ist der Stand der Diskussion eben halt in dem Bereich. Das andere Bring-on-Device, nochmal. Wichtig scheint mir, dass jede Schule ihren Weg findet. Und wenn eine Schule zu der Überzeugung kommt, es ist für uns besser, eine solche Vorgabe zu machen und mit den Schülern und den Lehrkräften entsprechend zu arbeiten, dann ist das wohl der richtige Weg. Das Interessante ist, dass mit Bring-on-Device einfach auch eine bestimmte pädagogische Arbeit und eine bestimmte Möglichkeit des pädagogischen Arbeitens einfach verbunden ist. Und wir würden gerne auch Lehrern da die Sorge nehmen. Es ist ja vielleicht auch eine Illusion zu glauben, dass die Lehrkraft eben halt das alles können muss und das alles kontrollieren muss und dann den Schülern genau sagen muss, wie sie es jetzt machen sollen. Und bei Bring-on-Device sind eben besonders solche Möglichkeiten des projektorientierten, kooperativen Arbeitens im Vordergrund, wo der Lehrer eben halt Arbeitsaufträge gibt an eine Gruppe und sagen kann, entwickelt mal einen solchen Ansatz und sie sich selbst auch überlegen, wie machen wir das jetzt einfach, der eine hat ein Handy, da kann er gut mit fotografieren, der andere kann gut Audio-Files machen, der dritte hat ein Gerät, mit dem kann man gut Videos bearbeiten. Gemeinsam nutzen Sie Ihre Geräte und kommen dann zu einem Ergebnis. Das sind so Arbeitsformen, die wir beobachten und wo wir sehen, dass die Schulen, mit denen wir arbeiten, gut arbeiten, aber auch nur dann, wenn Sie Lehrkräfte sich gemeinsam hinsetzen, gut beraten und unterstützt werden, sich überlegen, was brauchen wir. Und dann können Sie mit diesen Geräten da eigentlich ganz gut arbeiten. Dankeschön. Frau Professor Faber. Ja, auf die Frage von Frau Pieper antworte ich. Wir brauchen ein gemeinsames strategisches Vorgehen aller Beteiligten, insbesondere auch unter allen Beziehungen der Schulaufsicht. Das ist heute auch mehrfach angeklungen. Dabei sollten wir vorhandene Strukturen, die es schon gibt, nutzen und diese Strukturen auch leben, beispielsweise die regionalen Bildungsnetzwerke, die Bildungspartnerschaften. Wir haben ja, glaube ich, mittlerweile, Frau Johannsen, korrigieren Sie mich, sechs oder sieben im Land. Dann auch natürlich im Arbeitskreis Medien zusammen mit der Medienberatung. Da sitzen wir ja als kommunale Spitzenverbände auch mit dem Land und den Vertretern der Medienberatung. Ob eine weitere Formalisierung jetzt in Form eines Beirats noch zielführend ist, wage ich eigentlich zu bezweifeln. Ich habe mich auch kurz mit Herrn Faupel hier, meinem Sitznachbarn, noch mal abgestimmt. Ich glaube, auch er sieht das eher skeptisch. Von daher glaube ich, eine weitere Formalisierung durch ein zusätzliches Gremium, da würde ich jetzt erst mal nicht für plädieren. Sondern lassen Sie uns das leben, was wir haben, aber das dann wirklich auch sinnvoll und ernsthaft wahrnehmen und erfüllen. Dankeschön, Frau Faber. Dann waren die Vertreter der Schulen angesprochen. Herr Marienfeld. Ich würde die Antwort Herrn Zahn überlassen, meinem Kollegen. Herr Zahn. Ja, Einschränkungen sind eventuell dargegeben, wo wir eben Copyright-Probleme haben. Das heißt, bei der Erstellung von entsprechenden Unterrichtsmaterialien Einschränkungen erfahren, die uns Möglichkeiten erschweren, eben Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Da sind natürlich Einschränkungen auch gefragt, was diese Own-Device-Geräte angeht. Wie weit kann ich die einsetzen? Vor allen Dingen dann, wenn ich sie in zentralen Prüfungen nicht nutzen kann. Stichwort grafikfähiger Taschenrechner. Ich glaube, ein Teil von Ihnen weiß, wovon ich spreche. Danke. Herr Rachner. Ja, auch der grafikfähige Taschenrechner ist unser Problem. Wir halten den Erlass dazu und auch die Modifikation des Herrn Staatssekretärs für kontraproduktiv. Unsere Schüler arbeiten mit Mathematik-Software auf dem Laptop und dürfen diesen Laptop dann im Abitur nicht benutzen, weil es ihr Privateigentum ist. Wenn es Eigentum der Schule wäre, könnten sie es benutzen. Wir können ja jetzt unser ganzes System nicht umändern, um jetzt mit diesem Erlass klarzukommen. Also sind wir im Augenblick gezwungen. Wir haben das lange hinausgezögert, weil wir der Hoffnung waren, der Erlass würde der Realität angepasst werden. Jetzt müssen wir unsere Schüler anhalten, zusätzlich für 85 Euro einen grafikfähigen Taschenrechner sich anzuschaffen, obwohl ihr PC das leisten könnte. Und meine Mathematik-Kollegen sagen, damit kann man halt noch viel mehr im grafikfähigen Bereich machen. Da muss man eine ganze Spur praktischer, pragmatischer werden und sich, denke ich, von oben, die Spotten-Down mal der Realität anpassen. Wir sind da gerne bereit zu beraten. Danke. Herr Spang. Ja, Taschenrechner Nummer drei. Da schließe ich mich sehr gerne an. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Die Lizenzrechte sind ein ganz großes Thema, gerade an unserer Schule. Wir nutzen offene Wiki-Plattformen und Blogs. Und unsere Lernenden haben es mittlerweile sehr gut drauf. Aber es ist natürlich ein großes Thema, wenn man anfängt, Materialien zu remixen. Ich denke mal, das ist sowieso generell ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, wie man mit Lizenzrechten umgeht. Und dann vielleicht noch eine dritte Sache ist, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, die Nutzung von Anbietern oder Plattformen, die eben nicht aus Deutschland kommen, gehört meines Erachtens auch in den Unterricht. Und auch da ist die Rechtslage ja sehr, sage ich mal, ungeklärt. Da fühle ich mich alleingelassen als Lehrender. Ich kann mal einfach ein paar Beispiele nennen. YouTube ist ja ganz am Anfang schon mal gefallen. Oder Google Apps oder Dropbox und so weiter. Das sind Sachen, die ich glaube, Lehrende nutzen und auch Lernende nutzen. Aber die Rechtslage ist dabei eben nicht klar. Da fühle ich mich auch alleingelassen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Spangen. Ich glaube, jetzt haben wir alle Wortmeldungen abgearbeitet. Ich sehe zumindest keine mehr. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei den Sachverständigen, dafür, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben und uns informiert haben. Ich möchte mich auch bei dem Stenografischen Dienst bedanken, der das Protokoll, die Mitschrift gegen Ende der kommenden Herbstferien zur Verfügung stellen wird. Und wir werden uns im Ausschuss für Schule und Weiterbildung mit dem vorliegenden Antrag und mit den Informationen, die heute hier stattgefunden haben, am 26. November voraussichtlich beschäftigen. Die Antragstellung der Piratenfraktion wird auch noch im Mitberatenden Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung berücksichtigt werden. Und da ist die Beratung am 29. Oktober vorgesehen. Ich darf mich recht herzlich bedanken und schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen schönen Heimblick. Vielen Dank.